Hi, ich bin Caro. Ich zeichne die Fantasy-Adventure-Serie vom Anfang. Ich bin hier gerade auf der Indie Magic mit Patrick und ihr hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 134 eurer Comic-Cookies. Das ist so ein Comic-Podcast, einer von vielen Comic-Podcasts. Viele davon sind auch richtig gut und vielleicht sind wir sogar einer davon. Und wir sind, wie das so ganz oft ist, vier Menschen, die sich zusammentun und wollen über Comics reden. Auch das tun wir heute wieder, nur diesmal in einer leicht veränderten Konstellation. Zunächst einmal begrüße ich Patrick und Breed Storm, Moinsen. Cowabunga. Seid gegrüßt, Sterbliche. Ich bin der Andi und wir wissen nur einer von zwei Andis, denn der zweite Andi, der kann heute leider nicht dabei sein. Aus gesünderlichen Gründen muss er sich heute mal rausnehmen aus der Aufnahme. Ich habe mir echt überlegt, ob mir jetzt so ins Detail gehen, was er eigentlich hat. Aber ganz im Ernst, er ist halt total und durch und durch der Comic-Cookie. Und wenn er sich halt dann dieses Comic-Cookies-Logo auf die Stirn tätowieren lässt, das Ganze dann ausschlägt und zu echt üblen Eiterbeulen eskaliert, dann muss man sich natürlich überlegen, ob man so eine Aufnahme nicht vielleicht einfach mal skippt. Und das hat er jetzt gemacht. Wir wünschen ihm an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung, lieber Andi. Wir haben trotzdem versucht, hier einen adäquaten Ersatz zu finden, ob uns das gelungen ist oder nicht. Das kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Denn ich habe auf Twitter rumgefragt. Und Twitter heißt ja nicht mehr Twitter, heißt jetzt X. Und ich weiß ja gar nicht genau, wie lange ich da noch umfragen will. Ich bin jetzt auch auf Blue Sky. Mal gucken, ob das die bessere Option ist. Nun gut, auf jeden Fall habe ich da jemanden gefunden. Der hat sich überlegt, ja gut, ich meine die Cookies, da würde ich gerne mal mitmachen. Ich habe ihn direkt angequatscht, weil er nämlich auch unsere für die CCA relevante Geschichte gelesen hat. Denn er hat Shazam gelesen, den Abschlussband von Shazam. Coming of Age heißt die Ausgabe. Er ist jemand, den man kennen könnte, wenn man auf Twitter irgendwas mit X, auf X, irgendwas mit Comics macht. Denn er ist ein Kopf der Comic Radio Show. Was genau das ist und so. Das muss er uns selbst verraten. Moinsen, Markus. Hi, grüße euch. Servus. Und gute Besserung an Andi, auch von mir. Ja, Comic Radio Show ist ein Projekt, das ich gestartet habe vor 30 Jahren in Köln, im Bürgerradio von Radio Köln. Ich hatte die irrwitzige Idee, zu sagen, wir rezensieren Comics in einem Medium, was nicht visuell ist. Wunderbar, hat auch geklappt. Dann bin ich umgezogen nach München aus beruflichen Gründen und habe dann da gesagt, okay, Bürgerradio ist nicht mehr da. Was machen wir jetzt? Also, okay, visuelles Medium eben dann doch im Internet und haben dann eine der ganz frühen Comic Websites gestartet. Wie gesagt, die Comic Radio Show, so erklärs ich auch der Name. Und wir sind zu dritt gewesen, haben verschiedentlich bei der Comic Action, bei der ersten, bei der Frankfurter Buchmesse mit dem ersten Comic. Wir sind anständig da gestanden mit verschiedenen Partnern zusammen und die ganze Zeit halt online Comics rezensiert und dazu halt diverse, und das war so die Intention, Propaganda gemacht. Propaganda für Comics, das ist halt so unser Ding gewesen und insofern mache ich das bis heute, weil, ja, ich konnte mich da verlassen. Hab leider dafür jetzt acht Meter Comics bei mir zu Hause rumstehen mit Niva-Regal und meine Frau bringt mich um, wenn ich sie nicht bald loswerde. Das ist doch der aktuelle Stand bei mir. Also ich merke schon, du bist Comic-Fan durch und durch. Was mich total interessiert ist natürlich, was macht man als quasi Comic-Journalist, als meinetwegen auch dann zwischenzeitlich Comic-Blogger, möchte ich es mal nennen, eigentlich auf so einer Comic-Veranstaltung wie der Comic-Action, die du jetzt, glaube ich, genannt hattest. Was hast du da konkret gemacht an deinem Stand? Ja, das war ein Essen ganz am Anfang, also wie gesagt, ich bin Dinosaurier des Internets und wir haben, glaube ich, 99 war es auf der Comic-Action mit Apple zusammen und drei anderen großen Comic-Vertretern angefangen, hier einen Stand zu machen. Wir hatten Apple-Computer da stehen, wir haben mit den Splash-Pages gearbeitet und noch zwei anderen und dann eben unsere Seiten präsentiert und waren damit die Ersten, die das in dieser Form so gemacht haben. Und ja, Comic-Action, wie gesagt, da die Big Four, wenn man im Internet sucht, findet man eventuell noch was. Wir haben Preise ausgerufen und diverse Interviews gegeben und natürlich damit mit diesem Content unsere Seiten befindet, sowas mehr oder weniger. Und der Name Comic-Radio-Show, der kommt aber eben aus dem ursprünglichen Format im Bürgerradio, das hat jetzt mit der aktuellen Geschichte, was ihr aktuell macht, nichts mehr zu tun, richtig? Richtig, es sei denn, du guckst mal auf die verschiedenen Interviews, die ich als Soundface noch hochgeladen habe, kann man auch darauf zu ziehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich auf Internet umgestiegen, das heißt, ich war vielleicht ursprünglich mal so eine Art von Podcaster im Radio zum Thema Comics, aber diese ganzen Sendungen, die sind auch verschollen oder auf Band noch vorhanden und im Grunde genommen ein paar Interviews habe ich noch hochgestellt, aber was ich gemacht habe und das war zwischendrin auch wieder so eine spinnerte Idee, ich habe Filme hochgeladen zum Thema Comic-Rezension als Stummfilm. Das war also das Nächste, dass man sagen konnte, okay, dann tanze ich da so ein bisschen rum, das gibt es auch das Ganze mit Comic-Machern auf verschiedenen Veranstaltungen, indem ich die halt abfilme ohne einen Ton und wir mussten halt in Gesten dann zeigen, was es für schöne neue Comics gibt und natürlich die Dinger in die Kamera gehauen. Also es ging auch. Ihr merkt schon, rein bekloppt bin ich schon und insofern, ja, lohnt es sich da mal reinzugucken oder reinzuhören oder was zu finden. Wie gesagt, über 25 Jahre online, da verschwindet einiges wieder und es tauchen ein paar neue Sachen auf, aber man kann es sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja Mensch, mega, also bist du definitiv eine würdige Vertretung für den Andi, der heute leider abwesend ist. Vielen Dank erstmal vorab für deine Zeit, die du dir nimmst heute mit uns und auch fürs Publikum der Comic-Cookies über Comics zu sprechen, die du heute natürlich auch mitgebracht hast. Bevor wir da einsteigen werden in die Frage, was für Comics wir heute besprechen, möchte ich gerne nochmal den Ball an Patrick spielen. Lieber Patrick, du warst vor kurzem auf einer Veranstaltung, da geht es manchmal, glaube ich, auch um Comics. Es geht definitiv aber auch um Manga und zumindest aber um Cosplay. Erzähl mal, wo warst du eigentlich? Ich war auf der Animagic und 1. August-Wochenende und es war überwiegend natürlich eine Anime-Manga-Veranstaltung. Da liefen fast mehr Cosplayer rum als quasi normale Comic-Fans. Es waren unfassbar viele Schlangen. Also du bist von der einen Schlange im Eingang reingekommen und hast dich quasi schon wieder in die nächste eingereiht, wenn du komplett verpeilt warst. Du musstest auch noch gucken, in welche Schlange stellst du dich an. Überwiegend standen da an den vielen Merch-Ständen schon Schlangen. Du hast dann direkt gedacht, ach okay, da geht es weiter. Also ich habe auch unseren netten Kollegen und Kumpel Gordon mehrfach davor bewahrt, sich in die falsche Schlange anzustellen. Ja, und es gab da eben sehr, sehr viele Panels mit Sendern, mit Anime-Manga vertrieben. Da war auch zum Beispiel ein gewisser Herr Joachim Kaps, der hat zum Beispiel Pokémon und Naruto nach Deutschland gebracht. Und Gordon ist da mit mir hin und er hat da seine Interstellar-Insekts vorgestellt. Was der nette Herr dann gesagt hat, das wird euch Gordon mal an anderer Stelle wahrscheinlich erzählen. Es war auf jeden Fall schon eine nette, heftige Veranstaltung und ich habe es geschafft, den Chef von ProSiebenMax so ein bisschen zu schockieren. Aber ansonsten hast du da einiges geboten bekommen. Aber du hast eben auch im Vergleich zur, wie hieß es, in Gönheim, hast du da eben auch einiges zahlen müssen. Also erwartest du da auch bei 50 bis 60 Euro Eintrittsgeld pro Tag, dass du ein bisschen entertaint wirst, muss man eben dazu sagen, dass das 50 bis 60 Euro wirklich pro Tag gekostet hat. Und ja, deswegen, es gab da wirklich viele Kinofilme, auch Your Name und so, diese dann in so umfunktionierten Seelen quasi gezeigt haben. Wirklich sehr, sehr viele Cosplayer, auch im Rosengarten. Es waren sehr, sehr strenge Kontrollen, es war sehr, sehr viel Regen, es waren sehr, sehr viele Schlangen. Aber man geht da eben auch natürlich für die Leute und für die Connections, für die Kontakte. Und da gab es eben auch in so einer kleinen Artist-Alley auch nochmal wirklich ein paar nette Bekanntschaften wie Elveni Fee, Radix. Also da habe ich auch wieder so ein paar nette Bekanntschaften geschlossen, ein paar Intros einsprechen lassen. An sich hat es sich gelohnt, wenn ich sagen muss, ja, ein bisschen war es zu viel Schlangen. Die Anime-Preise, die sind hoch. Da erzähle ich hier auch niemandem was Neues. Ich fand das mal wirklich einen interessanten Ausflug in eine andere Welt, weil im Anime-Bereich ist es dann eben nochmal eine Spur durchgeknallt. Vor allem, weil die sich da wirklich dem Ganzen hingegeben haben. Es lief so oft der Song von Digimon, den sie da rumgegrölt haben. Es gab auch Konzerte und alles. Also wenn du Anime-Fan bist und das musst du bei dem Eintrittsgeld, dann bekommst du da wirklich einen schönen Rundumschlag. Die Artist-Alley hatte ich mir nur ein bisschen ausgeweizt, gewünscht. Ach, und es gab noch einige Synchronsprecher, die da rumgetingelt sind und eventuell auch was eingesprochen haben. Meistens zu den Zeiten, wo ich woanders rumgetingelt bin. Aber ich fand das insgesamt ein nettes Package. Es muss einem eben der Preis wert sein. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was du gemacht hast, um diesen ProSieben-Sat.1-Dudes da zu schockieren. Ich hoffe einfach, du hast deine Hose angelassen, Patrick. Das ist wirklich ganz allein dein Thema. Was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, so wie du es beschreibst, ist ja, dass es eine Veranstaltung ist, die wirklich eher den Schwerpunkt Anime und Cosplay hat. Das heißt, für Leute, die so ein bisschen, ich sag mal, das geschriebene Wort, also konkret Comic und Manga, wenn man es mal differenzieren möchte, wer das sucht, der ist da vielleicht nicht so richtig aufgehoben. Gerade weil die Artist-Alley eher klein ist, stimmt das? Ja, und auch Panini hat sich zum Beispiel ähnlich wie Manga-Kult, also die Untergruppierung von CrossCult, haben sich da eher den Manga beziehungsweise den Anime verschrien. Wenn nur eine Artist-Alley hast dann auch mal so ein paar gewöhnliche Comics kaufen können, auch zum Beispiel von unserem Kollegen David Fellecki oder von Marcel Hubenschüt, also dem Huggy, die natürlich beide nicht da waren, weil Huggy war natürlich auf Wacken zu dem Bockenende. Genau. Darf ich dazu eine Frage stellen? Natürlich. Mich würde kurz interessieren, weil das bei diesen Manga-Veranstaltungen der letzten Wochen und Monate Thema war, gab es bei der Animagic auch größere Probleme zum Thema Mitbringsel, die man essen konnte, dass irgendwelche Leute, anderen Leuten versucht haben, so was weiß ich, Kuchen oder Snacks mitzubringen, die dann eben, ja, aus verschiedenen Gründen nicht angenommen werden sollten, weil sie Sachen beinhalten, die nicht ganz so koscher sind, sagen wir mal so. Ähm, die Kontrollen da waren wirklich ein bisschen problematischer. Ich glaube nicht, dass du da einen Kuchen reinkommen hast. Die haben alles, was über 0,5 Liter war, auch direkt konfistiert. Das heißt, ich habe den ersten Tag nicht großartig viel Wasser trinken können. Dann habe ich mir am nächsten Tag eine 0,5-Wasserflasche geholt und habe die dann immer wieder mal mit Leitungswasser nachgefüllt. Die haben auch Regenschirme, die größer als eine Hand waren, fast schon konfisziert. Konntest du dir am Schluss wieder abholen, aber die haben das Zeug erst mal konfisziert. Ich habe da wirklich dann am nächsten Tag umgepackt. Ich habe den Rucksack im Hotelzimmer gelassen, habe dann eine Tüte gehabt mit meinem Mikro, mit meinem Sketchbuch, mit meiner Brille. Und das war es im Prinzip, weil ich dadurch auch diese Kontrollierer ein bisschen entlastet habe und mich auch. Also es war da wirklich schwer und viele der Cosplayer sind die Meistzeit im Rosengarten auch rumgetingelt. Die haben noch nicht mal großartig, ich will ja jetzt nicht für alle reden, aber viele waren auch nicht mal in den Hallen, weil die eben wirklich die Meistzeit im Rosengarten waren und da unter sich abgehangen haben, die haben da quasi ihr eigenes Festival davor gemacht. Markus, was du jetzt gerade meintest, das kann man vielleicht nochmal ein bisschen aufklären und erzählen. Du sprichst ja garantiert jetzt auch von der Dokomie, wo Menschen, ich glaube es waren unter anderem Muffins und Eis, wohl an der Artist Alley verteilen wollten, so als Dankeschön. Oh hier, guck mal, du siehst so aus, du kannst es gebrauchen. Schön, dass du da bist, quasi an die Artists, quasi das Publikum an die Artists. Und in diesem Eis, Kuchen, Muffin, was auch immer, waren, man hörte verschiedene Dinge drin, Aufputschmittel, Drogen, von Urin habe ich was gehört. Ja, Menschensäfte, genau. Ja, genau. Ja, deswegen hat es mich interessiert, ob bei der Animagic das gleiche Thema war. Also wie ich es gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? Also im Großen und Ganzen war früher bei den Veranstaltungen, die ich mit organisiert habe oder mit dabei war, wie bei Comic-Festival München, das größte Thema halt nur, dass die Cosplayer dann halt meistens junge Mädchen halt oft von sehr viel älteren Männern exzessiv fotografiert werden von allen Richtungen aus. Und da musste man dann auch immer mal ein bisschen einschreiten und sagen, also du bist jetzt auch nicht unbedingt hier in der Szene drin. Aber dass das jetzt solche Ausmaße angenommen hat, dass Menschen halt also wirklich im ekligsten Fall ihre Körpersäfte oder dann eben was weiß ich, K.O.-Tropfen in irgendwas reintun und das dann den Artists geben, also den Künstlern oder den Cosplayern, das halte ich jetzt schon für eine bedenkliche Entwicklung. Vor allem, das erklärt dann auch, wieso sie dann auf der Messe in Erlangen und so sagen, ja, ich weiß, ihr habt das gern, wenn ihr uns was backt, aber wir dürfen ja nichts mehr annehmen, einfach als Sicherheitsvorkehrung. Ja, genau aus dem Grund, nichts mehr trinken annehmen, nichts mehr zu essen annehmen, nur noch das Selbstgebackene selber essen. So was in der Art. Ja, aber gerade in Selbstgebackenen kannst du ja erst recht noch was mischen. Ja, nee, nur, dass du es selber isst. Also kein Anbieten mehr oder sowas in der Art. Im schlimmsten Fall, beziehungsweise im harmlosesten Fall, ist da ein bisschen was an Cannabis eingebacken, dass die dann ihre Lachflashs kriegen. Also im harmlosesten Fall. Ja. Markus, das heißt, du warst auch noch nicht bei der Animagic, genau? Nein, ich hatte immer eine Redakteurin, die da gerne hingegangen ist, beziehungsweise das auch dann gemacht hat, für uns berichtet hat. Und da habe ich dann sehr viele, also auf der Comic-Radio-Show auch ziemlich viele Bilder mitbekommen. Und zwar selber, ja, auf den Comic-Festivals in München, dann auch hat man immer wieder Cosplayer da, aber da ist es richtig groß gewesen. Auch in Fürstenfeldburg war es recht groß. Und ja, das andere, was mich noch interessieren würde bei der Animagic, Digimon, das ist jetzt nicht so eine Haupt-Anime-Serie. Ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber ich fand die, als ich die im Sender in der Hand gehabt habe, die Bänder, ist jetzt nicht so interessant wie, was weiß ich, Dragon Ball zum Beispiel. Das war ja auch damals eine Serie, die in dem Sender war, in dem ich gearbeitet habe. Und dass das Digimon jetzt so gehypt wird, fand ich sehr interessant. Also auch so die Anfangsmusik und dass die Leute das alles so super fanden. Ich fand die Serie eigentlich, ja, so meh. Es war eben das erwachsenere Pokémon, das verstehe ich schon. Ja, verstehe, ja. Pokémon ist arg verkündlich. Und Digimon war dann erwachsen. Da haben sich die Charaktere auch entwickelt. Die wurden dann auch teilweise erwachsen oder zumindest Eltern. Da gab es so diese tragischen Hintergrundgeschichten. Und nicht Team Rocket, die dann immer mal wieder in die Luft geflogen sind. Ich verstehe das schon, dass das ein bisschen besser ankommt. Breedstorm, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon auf der Animagic? Spricht dich das an? Kannst du da deine Cosplays endlich präsentieren? Ich möchte dazu keine Angaben machen. Also dein Mila-Outfit von Mila kann fliegen, wie die Schwalben über dem Fujiyama, sag ich mal. Psch, das sollst du doch nicht erzählen, psch. Psch, psch. Okay, haben wir das geklärt. Prima, lieber Patrick. Wir sehen uns ja, wenn alles klappt, demnächst noch auf der Konnichi, die stattfinden wird in Wiesbaden diesmal. Die sind nämlich umgezogen. Was uns ein bisschen entgegenkommt von der Nähe quasi einfach. Da erwarte ich zumindest aufgrund des Ginkgo Awards, der verliehen wird, ein bisschen mehr Comic-Content. Mal gucken, wie die Artist Alley aussieht. Die Website gibt es im jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sonderlich viel dazu her. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir werden bestimmt ein bisschen Spaß haben, oder? Ja, und vor allem, falls das rechtzeitig hochgeladen wird, können wir da anstoßen. Am Starttag habe ich Geburtstag. Also drückt mir ein Bier in die Hand. Wir trinken auf jeden Fall noch zusammen einen an dem Tag. Also ja, es ist geplant. Und ich habe das Wochenende auch frei. Also können wir definitiv was unternehmen. Super gut, mega. Da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich auch freue, sind die Comics, über die wir heute sprechen wollen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir viele tolle Sachen vorbereitet haben. Und deswegen spiele ich, ich spiele heute gern Bälle, wie es aussieht. Lieber, Breedstorm. Wie sieht es bei dir aus? Was für Comics hast du uns heute mitgebracht? Ich habe die Entdeckung und die Suche von Erik Heuvel und natürlich M.O.M. Mother of Madness von Emilia Klack. Markus, was hast du heute dabei? Also zum ersten Mal Bright Sun in Dark Shadows von Yashuki Tanaka. Und dann ein Stapel mit Ash, Austin Superheroes. Den, wie ich finde, den ganzen Run einfach mal zu empfehlen. Bis zur Bank 28. Cool. 11.28. Patrick, was gibt es bei dir? Ich habe unter anderem den Comic Bill Finger, der wahre Schöpfer des Dunklen Ritters. Und es bleibt Superhelden-Blastik. Ihr habt es wahrscheinlich in letzter Zeit in den Gruppen gemerkt. Ich habe ein bisschen was über die Turtles geschrieben. Und ich habe The Last Ronin von Splitter dabei. Also von Kevin Eastman, Peter Laird und Tom Waltz. Und ja, darüber werden wir nachher auch natürlich diskutieren. Voll gut. Bei mir gibt es heute zum einen einen weiteren Eisen Award Winner. Nämlich die mehr oder weniger aktuelle Nightwing Serie. Und also da Band 1, jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Buckel. Gibt glaube ich schon drei oder vier Bände inzwischen. Und dann, aber das ist eigentlich auch nur zur Tarnung, möchte ich sprechen über den Lucky Luke Band 22. Kalamite Jane, der mir vielerorts als wohl bester Lucky Luke Comic empfohlen wurde, der jeweils erschienen ist. Warum ich das aber eigentlich nur zur Tarnung mache, warum es mir um etwas vollkommen anderes geht. Nämlich die aktuell, diese Swoosh-App, also für digitale deutschsprachige Comics. Und warum da eine riesen Story dran hängt, das erfahren wir dann am Ende dieser Ausgabe. Und damit wir noch ein bisschen mehr Eindruck auch von dir bekommen, Markus, bist du jetzt herzlich eingeladen, mit deiner ersten Besprechung zu beginnen. Ach ja, Quatsch, ich habe nur was vergessen. Ich habe es schon kurz erwähnt. Wir machen ja auch heute wieder unsere Cookies Code Authority. Und da sprechen wir über die aktuelle erschienene Ausgabe und leider auch letzte Ausgabe von Shazam mit dem Thema vor allem Coming of Age, was uns da so dran gefallen hat. Und was vielleicht auch nicht, das dann am Ende dieser Ausgabe. Und nun, Markus, gib ihm. Also, du möchtest gerne wahrscheinlich, und das ist ganz gut an, die Manga-Anime-Thematik anschließend. Bright Sun, Dark Shadows von Yasuki Tanaka ist ein Manga, den ich nicht freiwillig gelesen habe, sondern weil ich den Übersetzer kenne. Und das ist irgendwie auch die Geschichte, die mich dann dran gehalten hat an diesen 13 Bänden, weil allein schon die Titelbilder für Manga-Hasser ist das irgendwie nix. Es ist einfach diese riesigen Augen, diese klar gezeichneten Mädels in Badeanzügen, die Shots unter die Röcke und so weiter. Also man könnte am Anfang durchblättern typisch sagen, oh Gott, was ist das denn? Es ist aber etwas viel Spannenderes oder Interessanteres, als ich mir selber hätte träumen lassen. Und die Empfehlung kam halt eben von Jürgen Seebeck, der gesagt hat, hey, guck dir das mal an. Und ich habe es mir angeguckt und durchgelesen. Und es ist eine Wahnsinnsmischung aus, na gut, am Anfang eine Liebesgeschichte, dann aber auch gleichzeitig eine Krimi-Geschichte, dann wird es zur Mystery-Geschichte, dann wird es zur Horror-Geschichte, beziehungsweise alles miteinander gemischt. Und das Krasse ist, dieses Rätsel, das sich in diesen 13 Bänden befindet und wie das Ganze sich auflöst, hat mich immer mehr in seinen Bann gezogen. Man kann halt einfach sagen, okay, da kommt ein Junge irgendwie auf eine Insel, seine Freundin ist gestorben, er ist zwei Jahre zuvor weggegangen, ohne was zu sagen und sich zu verabschieden und kommt halt wieder, ohne die Liebe seines Lebens quasi, oder seines frühen Lebens quasi, wiederzusehen. Und man muss halt feststellen, okay, sie ist umgebracht worden, da ist wohl irgendwas passiert und gleichzeitig stellt sich heraus, das Ganze vermischt sich mit Schatten, Geistern und einer alten Sage, die auf der Insel, auf der das ganze Spiel stattfindet. Und wenn es nicht doch genug wäre, wird er irgendwann im ersten Band direkt erschossen und kommt dann wieder und erlebt das Gleiche nochmal. Zwischen den Brüsten einer Frau muss er irgendwie das Ganze nochmal starten und ist der Einzige, der irgendwie weiß, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an, also täglich grüßt das Murmeltier auf japanisch, aber eben sehr spannend, weil mit der Zeit es so komplex wird und so kompliziert, dass man schon dranbleiben muss. Und dafür, und das ist das Ganze, ist es super gezeichnet, dass man eben nicht die Lust verliert. Man hat Spaß dran an diesem Sommerfeeling, so wie es jetzt auch über 30 Grad bis 40 Grad im Schatten und gröllende Zirpen, die hört man beim Lesen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, es braucht aber eine gewisse, wie sagt man, Dauer, bis einen so reinzieht. So zweites oder drittes Band muss man dranbleiben, um dann sehen zu können, okay, alles ist doch was Gutes. Es gibt ein Anime dazu, der jetzt bei Disney Plus erschienen ist und der soll, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ebenfalls gut ankommen bei den Leuten. Das ist jedenfalls die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, scheinen gut zu sein. So viel dazu, bis dahin. Wie sieht es denn aus mit dem Artwork? Was erwartet uns denn das? Typische Manga-Kost? Gibt es da vielleicht irgendwelche Highlights, die man herausstellen kann? Das wirklich beeindruckende ist die Detail-Trail von... Zeichner, der es halt geschafft hat. Also Tanaka hat es geschafft, eben wirklich sauber zu bleiben und sagen wir mal so, für mich als Mann, es ist ja ein schonen, also ein junger Manga, vor allen Dingen bei den Waffen und bei verschiedenen anderen Aspekten, also auch den Monstern, gut und detailreich zu bleiben. Und das macht das Ganze irgendwie spannend. Aber die Action und die Gemetzel, die stattfinden zwischendrin, machen das Ganze noch viel, sagen wir mal so, spannender, weil er eben so gut zeichnet. Also im Sinne von detailreich und sauber. Es transportiert dieses japanische Feeling auf einer Insel. Es ist heiß. Es gibt traditionelle angezogene Menschen und auch modern angezogene Menschen. Das ist alles richtig im Detail, um so ein Gefühl zu kriegen, ey, ich bin wirklich da auf dieser Insel in Japan. Also ich war selber schon da. Ich kann es ein bisschen beurteilen und kann halt sagen, okay, hat mir geholfen, mich da wieder rein zu übersetzen. Fand ich gut. Hier steht auf der Website von Crunchyroll, da damals ist Ding ja wohl bei Kaze erschienen, dass es da eine ganz besondere Cover-Veredelung gäbe. Was meinen die denn? Das ist dieser typische Druck, dass die bestimmte, also in diesem Fall ein paar quadratische Pixel mit Glanzlack drauf gedruckt haben. Das ist also das, was das Ganze ein bisschen schöner macht. In der ersten Auflage gibt es auch diverse Rätselbeilagen, die es in den höheren Auflagen nicht geben soll, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Auflage früher oder später eben auf die zweite Auflage geht. Also es sind 2.000 oder 3.000 Bänder, glaube ich, pro Ausgabe. Das reicht erstmal für so eine mittelbekannte Serie. Das heißt, man hat jetzt noch gute Chancen beim Nachkauf, diese Rätselzettel, die dazugehören, so ein bisschen mit Blut bespritzt mitzunehmen und daraus eben auch die Rätsel aufzulösen, die die Geschichten bieten. Es ist komplex. Es ist mehr als ein einfaches Manga. Also es ist schon, ja, finde ich gut. Bis dahin. Das klingt auch nach einem sehr wilden Genre-Mix, also ähnlich wie bei vielen Vertigo-Titeln, wo wirklich alles reingepanscht wird und du denkst, irgendwie kann das nicht funktionieren und am Schluss funktioniert es dann doch. Aber du sagst, es braucht so zwei, drei Bände, bis das sich so eingestimmt hat, beziehungsweise bis das wahrscheinlich alles ineinander übergreift. Es sind so viele, also es fängt damit an, dass du sagst, okay, erst mal diese ganzen Namen. Wer sich mit japanischen Namen schwer tut, hat da ein Problem. Wer ist denn jetzt Ushio? Wer ist der? Wer ist der? Und, aber man muss viel lernen. Also ich hatte inzwischen drin A, den Respekt vor dem Übersetzer, der mir das alles, erst mal, es ist so kompliziert, rauszufinden, okay, was wollen die denn jetzt von mir? Ach, diese Schatten können auch das generieren. Ach, die haben die Erinnerung gespeichert. Und ach, das ist 3D und das ist 2D. Es ist halt so, zwischendrin habe ich gedacht, muss ich jetzt irgendein Studium vollendet haben, um das hier zu verstehen. Und dann ging es wieder und dann hat es wieder mehr Spaß gemacht, weil man kapiert hat, ach, das meinen die damit und das meinen die damit. Es ist schon lustig. Und es ist eben, wie gesagt, keine leichte Kost. Wie heißt denn der Übersetzer? Jürgen Seebeck. Jürgen Seebeck. Jürgen Seebeck ist der Übersetzer von Dragon Ball, Alita, diverse Sachen, alle Sachen, oder viele Sachen, die bei Carls erschienen sind. Er macht das schon jahrzehntelang und hat eben auch wunderbare Übersetzungen gemacht für diverse Anime-Produktionen. Interview, komme ich gerade schon. Mega gut. Man muss sich da wohl echt erstmal reinfremeln. Das habe ich jetzt daraus gehört. Richtig. Das ist aber auch besser so, wenn man rezensiert und sagt, hey, alles toll, alles geil. Lieber das noch ein bisschen herausstreichen. Man arbeitet sich da rein und es ist wie bei den Fernsehserien genauso. Wenn man mal drinsteckt, ist dann die zweite, dritte oder vierte Staffel umso schöner, wenn man dann die Vorgeschichte kennt. Was in der Rettstelle. Ich weiß auf jeden Fall, woran ich heute Abend reinschauen werde bei Disney Plus in die Verfilmung. In den Anime. Das heißt, Patrick, du kanntest die Serie vorher auch noch nicht, weil ich jetzt vermutet hätte, so Anime könnte sein, dass du da schon mal was von gehört hast oder so. Okay. Ausnahmsweise man nicht. Aber es verändert sich heute Abend. Breedstorm, du bist sehr offen für Comics und Manga, das weiß ich. Mach's kurz. Wie viel Bock hast du? Also Lebenszeit ist ja endlich und ich hab so viel Kram hier rumliegen, dass ich mich darauf wahrscheinlich nicht einlassen könnte. Dafür hab ich noch zu viel Zeug hier einfach. Das war sehr diplomatisch. Vielen Dank. Dann mach doch mal gleich weiter mit deiner ersten Comicvorstellung für heute. Ja, ich hab ja in der letzten Folge vorgestellt die Maimorde von Heuvel, was ich mir in München mitgenommen hab beim Comicfest, weil er dort zu Gast war, um mal reinzugucken. Und da hatte ich ja so die leichte Kritik, dass es ja eine Romanumsetzung ist und er das nicht selber geschrieben hat und ich so den Zugang da nicht so richtig gefunden hab. Aber der Zeichenstil hat mir richtig gut gefallen. Er hat so eine, ja, so ein Lien Claire im Prinzip. Also ihr könnt euch das wie ein, ja, seien es diese wie einen weiterentwickelten Tim und Struppi oder so vorstellen. Also schon detailreich, aber trotzdem halt noch diese Anleihen. Und ja, da hab ich geguckt, was gibt's denn sonst so auf dem Markt und auf dem Tisch. Weiß ich noch in München, da lag zum Beispiel auch rum Die Entdeckung. Und ein weiterer dazugehöriger Comic ist Die Suche und die Entdeckung ist tatsächlich schon aus dem Jahre 2003, wird aber nach wie vor immer noch verkauft, was natürlich für den Comic spricht. Und zwar ist Die Entdeckung entstanden in Zusammenarbeit mit dem Anne Frankhaus und dem Widerstandsmuseum Friesland. Und Die Suche ist in Zusammenarbeit mit dem Jüdisch-Historischen Museum Amsterdam erschienen. Und es geht darum, dass ein junger Holländer auf den Dachboden seiner Großeltern geht und sich da so ein bisschen umsieht. Und wie man schon auf dem Cover sieht, hat er alle möglichen alten Zeichnungen. Er findet Propagandamaterial von niederländischen Faschisten. Er findet einen Judenstern, wo dann Jod, also auf holländisch, dann halt draufsteht. Er findet jede Menge Klamotten. Er findet eine Schirmmütze, von der ich erst dachte, das wäre, weil die schwarz war, eine SS-Mütze. Es handelt sich aber um eine niederländische Polizeiuniform. Und er geht dann runter zu seiner Oma und fragt hier, Oma, was ist eigentlich das alles, was ich hier finde? Und die Oma erzählt ihm dann die Geschichte von ihrer Jugend, wie sie in Holland, also in Amsterdam, gewohnt hat und dann die Wehrmacht dort einmarschiert worden ist und was sich da in dieser Zeit für die Niederländer alles verändert hat, weil der Widerstand war relativ kurz, also die Übermacht war sehr, sehr stark und relativ schnell hat sich da eine Besatzungsmacht etabliert und natürlich haben auch Holländer mit denen zusammengearbeitet, also es wird dann schnell klar, dass der, also sein Urgroßvater für die holländische Polizei gearbeitet hat und dann einfach, weil er Angst hatte, arbeitslos zu werden, verfolgt zu werden, dann angefangen hat, für das Deutsche Reich dann in den Niederlanden da zu arbeiten als Polizist, also er hat dann einfach weitergemacht, statt im Widerstand sich vielleicht zu engagieren. Wir erfahren viel von anderen Familienmitgliedern, also es gibt einen Bruder von ihr, der sich im Widerstand dann engagiert hat in Holland, es gibt aber auch einen Bruder von ihr, der sich den, ja, also der, der niederländischen Version der Nazis angeschlossen hat und dann auch bei einer SS-Division aus den Niederlanden mitgemacht hat und dann an der Ostfront war. Also da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Familiengeschichten erklärt, aber auch die Familiengeschichte von Nachbarskind, da gibt es nämlich auch eine jüdische Familie und auch deren Schicksal wird eingegangen und ja, wir hatten das Ganze hatten wir neulich schon mal bei Spiro und Fantasio, dass wir so eine Reise in die Zeit haben in relativ, ja, ich will nicht sagen kindlich, weil Lien und Claire bedeutet ja nicht unbedingt, dass es kindlich ist, aber es sieht immer so ein bisschen so aus und das hat Heuvel hier aber sehr gut umgesetzt und man erfährt jede Menge Sachen, die man, also, oder die ich aus den Niederlanden wieder verschiedene Sachen gewesen sind während der Besatzung nicht wusste, dass es zum Beispiel Aufstand gab von Gewerkschaften und so weiter, der dann natürlich niedergeschlagen wurde und ähnliche Dinge oder dass, nachdem die Amerikaner einmarschiert sind, dass die, den Frauen, die irgendwas mit Wehrmachtssoldaten angefangen haben, einfach die Haare abrasiert wurden und den Hakenkreuz auf die Stirn gemalt wurden und solche Sachen, also das ist jetzt was, was jetzt nicht so, ja, in dem typischen Geschichtsunterricht in Deutschland jetzt irgendwie verbreitet wird, was da für Geschichten sind und wir, wir hören ganz, ganz viel von der Oma, wie die sie das selber empfunden hat über ihre Beziehung zu ihrer jüdischen Freundin, die dann auf einmal weg ist und, ja, das Ganze war offensichtlich so erfolgreich, dass es dann einen zweiten Teil gab, nämlich die Suche und in diesen Teil wird dann auf das Schicksal des jüdischen Nachbarsmädchens eingegangen, also was ist mit der Familie passiert, wie haben sich die Leute in Holland verhalten, haben sie sie versteckt, haben sie die verfolgt, was ist mit deren Wohnungen passiert, wie haben sich die Wehrmacht als Besatzer verhalten, wie haben sich Holländer mit den Besatzern arrangiert vielleicht und das war auch wieder sehr interessant und natürlich sind da viele Dinge dabei, die man aus dem typischen Geschichtsunterricht natürlich kennt, der natürlich sehr, ja, sehr Deutschland fokussiert ist, was ist da passiert, aber hier sieht man jede Menge, dass es auch in anderen Ländern sehr, sehr viele Strömungen gab, die alle unterschiedlich waren und dass das ein riesiges Chaos letztendlich war, was wirklich dann erst durch die Amerikaner und gelöst werden konnte, nämlich als die Niederlande dann befreit werden konnten. Ich kann die beiden Sachen, also wir stellen ja eigentlich immer nur einen Comic vor, aber die gehören tatsächlich, obwohl es wahrscheinlich am Anfang nicht so geplant war, unmittelbar zusammen, kann ich sehr, sehr empfehlen, auch für jüngeres Publikum, dafür ist es wahrscheinlich auch konzipiert worden und also ich hatte wirklich mit weniger gerechnet und bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Comic, zumal man den auch sehr günstig kommt, der normale Preis damals war schon sehr, sehr günstig, als der rausgekommen ist und ich weiß gar nicht, was er jetzt kostet, aber ihr kriegt den schon. Das lese ich hier nämlich auch in anderen Besprechungen von genau diesen beiden Comics und so immer wieder darauf hingewiesen, dass man möglichst beide zusammen lesen sollte, nur so hätte man quasi den vollen Genuss. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der eigentlich gar nicht mehr zu bekommen ist. Das Ding ist damals erschienen bei einem Verlag namens Schrödel Verlag. Auf jeden Fall ist der wohl in der Form neuwertig gar nicht mehr zu kriegen. Wo hast du den nochmal her? Ich habe den auch gebraucht bestellt, aber der lag in München tatsächlich mit auf im Sinn, aber habe mich dann doch für die Maimorde entschieden. Dass der so günstig ist, liegt natürlich auch daran, dass der sehr von der EU gefördert wurde. Da ist schon Geld reingeflossen und ich denke, dass der wahrscheinlich auch in Unterricht sehr gut verwendet werden konnte seiner Zeit. Kann ich kurz fragen nach deinem Eindruck, was diesen Stil angeht, dieses semi-funny und das Thema. Ich hatte auch dazu mal ein Interview zu Holocaust im Comic und auch die Reaktion von vielen Lehrern, die das gesehen haben, dass man gesagt hat, ist das was, das sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, weil es so funny-mäßig in diesem Stil dran ist und das doch so ein ernstes Thema ist. Viele Comics, die Leute kennen das eher im realistisch gezeichneten Stil und die Holländer haben aber in Deutschland kam das immer wieder mal zwischenzeitlich nicht ganz so toll an, also der Stil mit dem Thema. Durch Spiro und Phantasio zum Beispiel ist man da ja jetzt schon ein bisschen drauf eingestellt, dass das auch so dargestellt werden kann und das hier ist noch ein bisschen weniger abgerundet als die Spiro Geschichten, die da in letzter Zeit kamen zu dem Thema. Was worauf Heuvel recht präzise ist, was so Uniformen und Flugzeuge, Panzer etc. betrifft, also man macht da nicht irgendwelche Fantasiesachen, sondern da ist er glaube ich relativ nah dran, sodass es dann auch realistischer wirkt und dass man dann nicht so auf die Idee kommt, dass es jetzt irgendwie ja wie das in manchen Animes zum Beispiel ist, wenn da so ein Pseudo Zweiter Weltkrieg irgendwie dargestellt wird, sondern das wirkt dann schon realistisch und es wirkt auch in keinster Weise dann irgendwie lustig halt. Also ich kann nur empfehlen für die Quelle bietet noch eine digitale Unterrichtseinheit an auf der Seite von Anne Frank Haus und das sogar auf Deutsch insofern was die Quellen angeht für den Unterricht ist das noch ganz interessant zu sehen. Und da kann man den Comic auch dazu bekommen was Genau hier gibt es einen Link mit einer Edu Endung also ich denke mal entweder ist es ein digitales Buch oder es geht halt in Unterricht rein müsste ich habe es auch gerade erst gefunden ich müsste noch reingucken was dann genau zu sehen ist aber offensichtlich geht über das Frank Haus ein bisschen was Ja Mensch klingt auch sehr interessant wieder sehr geschichtslastig aber die haben ja auch das sind ganz der positiven Sache die man da auf jeden Fall auch finden kann die sind meistens relativ dünn 62 seiten hat jeder eine sehe ich gerade der andere dürfte jetzt nicht sehr viel mehr haben wie lange hast du gebraucht es zu lesen wie intensiv musst du dich da quasi konzentrieren das weiß ich zeitlich jetzt nicht mehr aber das sind immer drei Reihen im Prinzip mit verschiedenen Comics und es schon relativ oft textlastig teilweise ein bisschen erklärend also da liest man schon dran das ist jetzt nicht wie ein typischer Superhelden Comic wo über zehn Seiten erstmal irgendein Kampf wo ab und zu einer mal hey oder aua oder sonst irgendwas ruft sondern also hier wurde schon einiges reingepackt und es gibt natürlich auch wenn man das möchte jede Menge Details auf den Zeichnungen auch zu erkennen also die sind jetzt verstehe alles klar prima dann würde ich sagen wenn Patrick wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Fragen dazu hast könntest du eigentlich weitermachen mit deiner Besprechung aber ich finde es klingt mal wie immer obwohl es geschichtsträchtig ist interessant und ich habe den Zeichner beziehungsweise Autoren auch schon länger auf dem Schirm ich habe das schon gesehen wie Breedstorm den Stand da gemustert hat war dann aber wo anders aber ja dann lege ich mal los zum ersten mit Bill Finger von Julian Wolloy ich hoffe ich spreche das richtig aus und Eris Sadok es ist die Geschichte über Bill Finger und ich dachte gerade weil wir so viele Batman Comics besprechen eigentlich ja deswegen ist es irgendwie auch mal für uns die Pflicht dass wir Bill Finger erwähnen weil Bill Finger war wirklich einige Jahrzehnte also 70 Jahre lang eher so im kleinen Kreis der geheime Erfinder oder Miterfinder von Batman aber durch bestimmte Vertragsklauseln hat man das quasi verhindert dass dieser Name großartig populär wurde und das war wirklich jahrzehntelang bekannt dass Bill Finger eigentlich eigentlich der heimliche Erfinder ist von Batman deswegen dachte ich ich lese mir mal diese Graphic Novel oder diese Autos äh diese Biografie von Carlson Comics vor und Julian Wolloy der war damals auch an der Joel Schuster Biografie mit beteiligt und ja auch hier erzählt er dann die Geschichte von Bob Kane und Bill Finger also hauptsächlich von Bill Finger und wie Bob Kane ihn ausnutzt aber es sind tatsächlich so drei Handlungsstränge zum einen wird erzählt wie Athena Finger benannt nach der griechischen Göttin der Weisheit also die Enkelin von Bill Fingers Sohn damit leben muss wie sie trotzdem noch verpönt ist dafür dass sie die Wahl immer wieder gesagt hat dass ihr Vater beziehungsweise ihr Onkel quasi Batman erfunden hat und auch ihr Sohn wird dafür immer wieder auf der Schule gemobbt dann haben wir die Geschichte von Mark Tyler Nobleman also den Typ der 2017 auch an dem Film beteiligt war Batman und Bill und auch eine der ersten Biografien über Bill Finger herausgebracht hat und dann haben wir so diesen autobiografischen Teil wo wir sehen wie Bob Kane und Bill Finger zusammen Batman Erfinden und wie Bob Kane das Ganze an sich reißt es war ja nicht nur dass er Bill Finger da quasi geheim gehalten hat er hatte auch wirklich eine Reihe von Ghost Riders bei sich aber es wurde immer unter dem Namen Bob Kane vermarktet also er wusste wie er die Leute bescheißt und gerade in dem Fakt ist es interessant das zu sehen also 1965 war es schon so dass das bekannt wurde durch diverse Messen und Cons dass Bill Finger dann so ein bisschen Mut gefasst hat und gesagt hat hier eigentlich hab ich das Ganze erfunden eigentlich hat er Goffin erschaffen eigentlich hat er das Originalkostüm von Batman mit entworfen weil ja Bob Kains Entwurf sah eben eher aus wie Robin da hat noch der letzte Fahlenschliff gefehlt erst Bill Finger hat das dann quasi so verbessert aber er hat eben dafür gesorgt dass Bill Finger dann regelmäßig Einkommen bekommt trotzdem ist er sehr verarmt sehr einsam gewesen dass das dann 1965 rauskam und als Bill Finger da so ein bisschen die Rechte quasi geltend machen wollte oder ein bisschen Anerkennung wollte da ist er dann losgepoltert hat so ein sechsseitiges Pamphlet geschrieben ja dieser Bill Finger der will doch nur die Lorbeeren einheimsen was eigentlich ja das Gegenteil war und hat ihn dann richtig denunziert und hat dafür gesorgt dass er es wirklich schwer hatte bei 1500 Batman Comics zu dem Zeitpunkt wurde er kein namentlich genannt er wurde nur in der 1966 Serie einmal im Vorspann mitgenannt als Autor ansonsten hat man den da wirklich über Jahrzehnte geheim gehalten und erst als Mark Tyler Nobleman für seine Biografie ich ich schlag's schlag's gerade nach ja scheiße bin ich professionell Bill the Boy Wonder the secret co-creator of Batman als er diese Biografie veröffentlicht hat ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen weil er hat dann über Social Media dann affiner Finger gefunden also die Enkelin von seinem Sohn und mit ihr konnte er dann sowas wie einen Rechtsanspruch geltend machen und dann wurde zum ersten Mal 2017 bei Batman wie Superman und bei der Serie Gotham wurde dann zum ersten Mal dieser Satz gedruckt Batman wurde erschaffen von Bob Kane und Bill Finger davor wurde das wirklich geheim gehalten wahrscheinlich hatte man auch Angst dass man danach diese ganzen Co-Autoren die ganzen Ghostwriter hätte nennen müssen es war eine ähnliche Abzocke wie bei Joe Schuster und ja Jerry Siegel sorry und danke wie bei den beiden die man ähnlich über den Tisch gezogen hat die hier auch namentlich genannt wurden weil die haben dasselbe durchlebt und ja der Comic macht natürlich betroffen der Comic macht wütend ich finde dadurch dass er zwischen diesen drei Handlungssträngen hin und her springt hat man nicht ganz so dieses Gefühl ich finde sogar erst im Zusammenhang mit dem Film Batman and Bill bekommst du hier das stimmigere Gesamtbild weil durch diese sprunghafte Erzählweise dann ein bisschen was untergeht beziehungsweise vieles können sie da auf den 100 Seiten nur anreißen die bringen hier auch wieder die Comic Code Authority also als ein gewisser Wertham dafür gesorgt hat dass Comics zensiert wurden dass die kritischer betrachtet wurden in einer Zeit wo Comic Autoren wirklich verpönt waren wo sich Bill Fingers Frau dafür geschämt hat und auch die Frau von Bob Kane ach sie sagen sie sind Autoren aber die schreiben ja nur Comics also wo das so wirklich verpönt war und Joe Wartham dann sagte ja also Batman der ist eigentlich homosexuell er hat was mit Robin dass du in dieser Zeit Probleme hast da noch einen Geltungsanspruch quasi herauszuholen ist schon übel und dass das über 70 Jahre gedauert hat bis das überhaupt raus kam bzw. bis es dann quasi öffentlich wirklich wurde und das bei den meisten zumindest in unserer Bubble dann durchgedrungen ist das war schon eine heftige Nummer und deswegen finde ich es immer wieder schön wenn Bill Finger jetzt mittlerweile genannt wird und ja wir als halber Batman fixierter Cast also zumindest wenn es um Superhellen geht müssen den Namen einfach mal erwähnen dachte ich und deswegen habe ich das stellvertretend hinzugezogen auch wenn ich den Comic zwar sehr sehr unterhaltsam fand aber bisschen was hat mir gefehlt ein bisschen war durch diese drei Handlungsstränge ist da einiges zu kurz gekommen trotzdem hat mich dieser Comic irgendwo gerührt und hat mich auch wütend gemacht gerade wegen dieser Geschichte die im Hintergrund stattgefunden hat oder Geschichten von Wolloy gibt es ja dann eben auch noch diesen Joe Schuster Comic hattest du den damals auch gelesen den hatte ich gelesen und den fand ich sogar ein Stück weit besser eben weil er streng chronologisch vorgegangen ist man dadurch ein besseres Bild hat es sich dadurch organischer angefühlt hat uns liegen die ja beide digital vor wir haben jetzt ja auch den aktuellen Bill Finger auch als PDF bekommen ich weiß gar nicht ob du den im Hardcover noch mal besorgt hattest oder ob du jetzt die PDF gelesen hast aber das Artwork sieht schon total toll aus ich muss sagen wirklich das sehr anspricht was hier geschaffen worden ist das ist ja eine Zusammenarbeit von wie du sagtest schon diesem also was der Sadok hier zaubert ist hübsch vielleicht kannst du mal ein bisschen mit deinen Worten erzählen wie gefällt das Artwork was gefällt dir vielleicht auch nicht ich sehe viele Details also ich mochte gerade dass so diese Ära der 60er 70er eingefangen haben dass auch immer wenn diese bestimmten Epochen eingefangen wurden dass man da auch einiges an Wiedererkennungswert hat man hat zum Beispiel auch sehr sehr viel von den 66er Batman gesehen und von der Ausstattung man erkennt den Cesar Romero man erkennt wirklich so diese ganzen Darsteller wieder also die Detailverliebtheit hat mir gefallen auch auf wie viele Sachen die bei den paar hundert Seiten gezeigt haben es hat mir wirklich optisch sehr sehr gut gefallen und wir haben auch so ein Vorwort Nachwort bekommen gerade was da so an Zufällen haben zum Beispiel ist es so dass er affiner Finger über Social Media findet und er weiß noch nicht ist dies oder nicht und dann heißt der Hund Bruce Wayne und da denkt er okay das kann kein Zufall sein oder er geht dann zum Beispiel zu einem der Häuser wo Bill Finger mal gewohnt hat oder war es sogar sein Sohn Fred auf jeden Fall meint er oh das ist ja ein bekanntes Haus und dann meint sie ja ja das ist das Haus wo der Attentäter von Abraham Lincoln gewohnt hat und dann meint er nee 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 und dann kommt später raus nee nee er war nur ab und zu zu Besuch in diesem Haus also er war wirklich so anonym dass er sogar so ein Massengrab hatte wo noch nicht mal sein Name drauf steht er wurde irgendwo verschachert und sein Sohn hat dann damals seine Asche quasi er hat das Batman Signal an den Strand so angeritzt hat dann die Asche dann das Bett Symbol quasi verstreut und dann hat er gewartet bis das Meer die Asche holt das fand ich so ein schönes Bild ich bin mir nicht sicher wie viel haben sie da überdramatisiert damit sich das in eine Biografie konform erzählen lässt aber diese Hintergrundgeschichten sind da so tragisch dass man die eigentlich glauben möchte weil die ja ja wir wissen ja nicht wie viele dann nachgeholfen haben dass der Hund dann Bruce Wayne hieß und so man weiß es nicht aber an sich ist es eine schöne Würdigung auch wenn das mir ein bisschen zu sprunghaft ist hätten sie das wirklich ein bisschen ausführlicher erzählt dann wäre das Ding wahrscheinlich 300 Seiten dick gewesen aber dann hätte ich nicht das Gefühl gehabt dass das so hin und her springt und das Ganze quasi runterrattert aber optisch ist es sehr schön man erfährt viel ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal den Film Batman & Bill angeschaut und dadurch habe ich dann ein bisschen mehr verstanden einfach rumzugucken hatte ich da leichte Verständigungsprobleme ne auch in dieser Autobiografie beziehungsweise in dieser Doku von Hulu haben die das dann ein Stück plausibler präsentiert aber dieser Comic ist im Prinzip Pflicht wenn man sich mit Batman befasst also jeder der irgendwie die Popkultur quasi inhaliert hat und sich mit Batman befasst sollte ich zumindest mal von Bill Finger gehört haben von der Bedeutung her ist der Bill Finger auch der der wahnsinnig wichtige Sachen überhaupt erfunden hat ohne die Batman total langweiliger Comic gewesen wäre das Auto erfunden der hat die ganzen Schurken erfunden genau und die Betthöhle und keine Ahnung was also die wichtigsten Standpfeiler die das Ganze so spannend gemacht haben ja ist halt so wie man es gibt im Internet eine eine ein Comic in dem Batman without Bill Finger und das ist so eine lustige Parodie auf auf dem Batman den Bob Kane der eben wirklich den Finger so runtergedrückt hat und zurückgehalten hat und dann alles für sich in Anspruch genommen hat es gibt so eine Szene in dem halt dann Kane gefragt wird können sie denn bitte mal was zeichnen und dem fiel das halt extrem schwer weil er sich eigentlich nicht mehr damit beschäftigt andere haben gezeichnet andere haben geschrieben der hat einfach nur die die Kohle kassiert ja es ist eine sehr bittere Geschichte für Finger gewesen es wird in dem Comic sogar dieser Satz gesagt Bill äh ne Bob Kane hat nicht eine Story für Batman geschrieben und er kassiert das ganze Geld während da gewisse Ghostwriter da zu Wort kommen die über sieben Jahre lang Storys dafür beigesteuert haben Bill Finger hat das Kostüm entworfen er hat das Batmobil entfunden er hat die Betthöhle erfunden er hat wirklich einige der Bösewichte erfunden und er hat so diesen klassischen Stil der 66er quasi eingefangen wenn Batman da jemanden über eine überdimensionale Tastatur oder Schreibmaschinen laufen lässt das waren so die Bill Finger Dinge also dass er gesagt hat ja Sherlock Holmes ist zwar ein Detektiv aber er ist zu ernst er hat so ein bisschen so die Unterhaltung in die Detective Stories reingebracht ohne Bill Finger wäre er wirklich komplett aufgeschmissen gewesen da hätte er quasi nichts gehabt und das wusste er und er hat dann immer gesagt ja nee du wirst da populär beziehungsweise ich verschaffe dir einen Arbeitsplatz aber mein Name muss über all dem stehen weil er war dann quasi ähnlich wie ein Stanley quasi so der Name mit dem man das alles vermarkten konnte auch da fällt im Comic dieser Satz dass man selten jemanden kannte der so die Publicity an sich gerissen hat wie ein Bob Kane obwohl er so wenig dazu beigetragen hat also er wusste zumindest nicht zu vermarkten das muss man ihm zugestehen ja also nochmal für mich das ist jetzt eine Familiengeschichte quasi die halt auch die ganze Geschichte so ein bisschen also der Familie letztlich zusammen was auch der Nachkommen wie denn da mit dem Erbe umgegangen wird und du würdest aber auch dazu raten dass es zu besserem Verständnis auf jeden Fall zielführend wäre sich auch noch die genannte Dokumentation anzuschauen die es glaube ich auf Prime Video gibt auf Prime Video oder auch aktuell zum Beispiel auf einem sehr bekannten Kanal wo auch gewisse Ausgaben von Tele-Stammtisch zum Beispiel hochgeladen werden wir wissen jetzt alle was gemeint ist du willst doch nicht sagen dass man das auf YouTube findet oder doch ich glaube dann das ist da vielleicht sogar offiziell drauf okay cool Breedstorm hast du Bock mein Batman ist ja nur so das muss man ja kennen und je mehr Details wir zu Batman und seiner Entstehungsgeschichte kennen desto besser ist es doch oder nicht ja also die Grundzüge hat man in den letzten Jahren ja schon erfahren aber da kann ich denke ich mal getrost mal reingucken mach das mal wir sollten vielleicht mal so eine Kategorie einführen in Comics die wir dann nachträglich gelesen haben weil sie uns hier in der Ausgabe der Comic Cookies vorgestellt wurden und wir dann irgendwie dann doch privat nochmal Bock hatten reinzuschauen müssen wir mal drüber nachdenken Markus wäre das was was du dir angucken würdest äh ich die Geschichte hat mich echt mitgenommen ähm und ich fand äh ich hab ziemlich viele Dokus oder Sachen schon darüber gelesen ich weiß noch nicht ob mich die das Comic noch mitzieht aber die die Artwork ist ganz gut wenn es mir in die Finger fällt werde ich wahrscheinlich reingucken so direkt aktiv kaufen werde ich es mir wahrscheinlich alles klar dann mach ich hier weiter mit einem Comic der das ich den gelesen habe liegt ein bisschen daran dass wir zuletzt eben Dax besprochen haben der hatte diesen Eisen Award gewonnen oder genau genommen sogar zwei davon und da gab es noch einen anderen Comic der bei mir zu Hause rumlag und da dachte ich mir lese ich den auch mal wenn er schon gewonnen hat im Jahre 2023 in der Kategorie Best Continuing Series also beste Ongoing Series quasi das ist Nightwing von DC der Superheld Nightwing von Tom Taylor geschrieben und unter anderem Bruno Redondo gezeichnet hier sind in Band 1 der den deutschen Titel trägt der Sprung ins Licht bei den Zeichnungen auch noch beteiligt gewesen der Rick Leonardo Nadie und Neil Edwards verschiedene Leute haben hier Tusche und Farben gemacht aber da möchte ich nicht zu sehr ins Detail eingehen und das war so ein Comic den hatte ich mir auch mal gebraucht besorgt in demselben Zusammenhang übrigens wie diesen Supergirl Comic den ich hier vor nicht allzu langer Zeit mal vorgestellt habe und bin ganz froh dass ich den gekauft habe denn den kriegst du gar nicht so easy peasy für gutes Geld ja gebraucht auf jeden Fall und das soll ich sagen es ist ein Nightwing Comic und was erwarte ich bei einem Nightwing Comic ich erwarte natürlich was zu lesen von einer Figur die wie wir alle wissen ursprünglich mal ein Robin also der erste Robin war der sich halt dann emanzipiert hat irgendwann von Batman und über verschiedene Stationen seines Lebens irgendwann in Bluthaven gelandet ist um dort quasi der dunkle Ritter zu sein er erlebt da Abenteuer muss sich halt irgendwie rumboxen und dann irgendwie fürs Gute eintreten Nightwing das ist so ein Charakter da wird oft gesagt er wäre das Herz von DC und so ein bisschen so eine Netzwerkkomponente von verschiedenen Storys und vor allem Figuren und das kann man schon noch irgendwie sagen denn wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken was wir auch so von sag ich mal von Cameos Crossovern oder eben Auftritten anderer Figuren in einem Batman Comic Quatsch in einem Nightwing Comic so erwarten dann muss da natürlich auch ein anderer Robin drin auftauchen mindestens einer dann muss da Batgirl auftauchen wir brauchen natürlich auch Batman dabei sind weiter und wesentliche Teile der Batfamily abgedeckt natürlich ist er aber auch ein wichtiges wenn nicht gar das wichtigste Mitglied der Teen Titans auch die müssen hier auftauchen und einen guten Draht zu Superman hat der sowieso und ich sag mal so an alle diese genannten Punkte können wir hier handlungstechnisch einen großen Haken machen denn die erwarten uns alle schon in Band 1 der immerhin die ersten 6 Hefte der US-Reihe beinhaltet Ausgaben 78 bis 83 sind hier drin und das ist so ein Comic der hat natürlich auch eine Handlung auf die will ich jetzt nicht zu weit eingehen es gibt Bösewichte also einen coolen Bösewicht der kann mit so einer Waffe quasi Herzen aus Menschen rausschneiden und deren Herz stehlen es gibt so eine Art Brawler Bösewicht der eigentlich großer Mafia Boss ist und halt eben irgendwie die Stadt beherrscht und gar nicht die eigentliche in dem Fall der neue Bürgermeisterin die es gibt die trägt übrigens den Namen Melinda Zuko und Zuko kann man kennen weil das wiederum die Tochter von dem Dude ist der irgendwann mal Dick Gray's Eltern getötet hat also ihr merkt schon da steckt viel drin in diesen wenigen Seiten und das Ganze ist auch noch gespickt mit der Tatsache dass Dick Grayson schon im allerersten Heft dieser neuen Reihe hier richtig viel Geld erbt denn wer die Batman Reihe aktuell liest der weiß dass Alfred Alfred Pennyworth dass der Tod ist der ist glaube ich habe ich mich nachträglich belesen von Bane getötet worden und wer hätte es geahnt auch Alfred war unverschämt reich Milliardär und sein komplettes Geld das ist wirklich nicht wenig gewesen hat er eins zu eins an Dick Grayson vererbt das kriegt er im ersten Heft von Barbara Gordon seiner Freundin in dem Moment irgendwie halt quasi mitgeteilt weil die das Testament ihm eröffnet nun ja hat er viel Geld und die Frage was er mit dem Geld so anstellt die klärt sich im Laufe des Comics denn er ist schließlich das Herz von DC es gibt noch einen süßen kleinen niedlichen Hund den kriegt er und er ist halt einfach so ein richtiger Sunnyboy der Dick der ist so einer den will man liebhaben den will man in den Arm nehmen er ist immer so einer auch in engen Klamotten das ist der typische Nightwing einer der wenigen durch und durch auch wenn man so will sexualisierten Figuren männlichen Figuren bei DC ansonsten sind es ja oft eher die Frauen aber er ist ja halt auch in dem Comic oberkörperfrei und halt einfach so ein richtig heißer Dude er kann rumspringen wie sonst nix und er lebt dabei halt so kleine aber feine Street-Level-Abenteuer mit den genannten Cameos das Ganze wird gespickt mit doch immer wieder netten aber kleinen und feinen und irgendwie auch schönen Gags ja da gibt es zum Beispiel eine Situation dass plötzlich die Polizei kommt und die will dann Dick Grayson vernehmen zufällig ist in dem Moment bei der Vernehmung auch Barbara Gordon zu Gast beide sehen wir wie sie so ein Käffchen trinken und die trinken natürlich nicht irgendein Käffchen die trinken aus einer Kaffeetasse zumindest eher wo wir diesen 66er war es glaube ich oder diesen Batman sehen von Adam West wie er diese Bombe das ist der 66er genau wo er diese Bombe in der Hand hat ich glaube das sogar aus dem Batman Film wo er dann diese Bombe so wegrennen muss und das sehen wir halt so als Bild auf dieser Tasse in ganz klein das ist irgendwie cool und irgendwann trägt später glaube ich noch irgendwie so ein T-Shirt mit diesem mit diesem Meme das man kennt wo Batman Robin so eine so eine Batsch gibt so eine so eine so ein Schlag ins Gesicht mit der flachen Hand so im Sinne von wie kannst du nur was halt im Internet ständig als Meme für irgendwas benutzt wird sowas trägt hier glaube ich was auf dem T-Shirt irgendwer und solche Gags sind da halt drin und wenn ich das dann so alles lese und ich sehe so diese Verbindungen die halt auch zur Origin quasi von Dick Grayson geschlagen werden ich sehe wie sich auch hier verschiedene Charakterentwicklungen einstellen in Zusammenarbeit also zum Beispiel im Zusammenhang eben auch mit konkret Barbara Gordon und so und wie er einfach ein toll geschriebener Charakter ist da kann ich auf jeden Fall verstehen dass das eine sehr gute ongoing series ist eine Fortsetzungsgeschichte und würde mich deswegen weil ich auch tatsächlich nichts besseres gelesen habe in dem Zusammenhang in letzter Zeit und ich glaube das Supergirl Ding war zum Beispiel eine Miniserie und nichts fortlaufendes auf jeden Fall unterschreiben dass es eine sehr gute Nightwing Serie ist und meinetwegen auch die beste Superheldenserie fortlaufende Serie was auch immer also wie gesagt im Rahmen einer sagen wir mal Stichprobe die sehr klein ausfällt ist das wahrscheinlich wirklich eine der besseren auch Superheldenserie in der letzten Zeit gewesen ich habe Band 1 gelesen kann den wie gesagt empfehlen sie top aus schönes Ding ganz großes Kino besorgt ihn euch auf jeden Fall gehört in jede Nightwing Sammlung und inzwischen gibt es ja auch ich glaube drei wenn nicht sogar vier Bände Band 2 da geht es um irgend so ein Ding das ist so eine Geschichte lief halt damals bei Panini das wie hieß das irgendwas mit Day of the Sekunde ich bin ja schlecht da habe ich es gerade irgendwie genau Herrschaft der Angst Fear State genau das war irgendein Tie-In hat sich über das komplette DC Universe oder zumindest über Badverse gezogen Band 2 könnt ihr einfach wie es ist komplett skippen hat nichts mit dieser Story zu tun und wenn ihr dann wirklich weitermachen wollt dann guckt mal in Band 3 und 4 rein denn da wird dann die eigentliche Geschichte weitererzählt und das habe ich auf jeden Fall vor wo und wie ich das mache und warum ich das leider nicht in der Swoosh App machen konnte das erzähle ich euch dann gleich in der nächsten Ausgabe Breedstorm bei der nächsten Besprechung bei der nächsten Besprechung genau dankeschön lieber Breedstorm Nightwing ist eigentlich eine ziemlich coole Sau ich lese ziemlich gern die Sachen von dem und ich fand es auch total cool als der vor einigen Jahren auch zeitweise mal Batman war dieser Dick Grayson wie sind deine Verbindungen zu ihm und würdest du mal in eine immerhin mit dem Eisner Award ausgezeichnete Reihe reinschauen wollen ja ich habe ja die meisten Superhelden Sachen nicht mehr im Abo so dass das wahrscheinlich eine gute Sache wäre um mal wieder reinzugucken was da so los ist momentan mit dem guten Dick der hat ja auch recht Glück mit seinem Namen auf jeden Fall ich weiß nicht was ist denn also Nightwing das war ist für mich immer so ein bisschen die noch ein Stück weit akrobatischere Version von Batman halt ohne Umhang und ein bisschen cooler was ist denn für dich Nightwing boah das ist ja fast eine philosophische Frage die da stellt also es ist natürlich ja der erste Robin also und der Versuch sich dann wirklich zu emanzipieren und du hast gesagt er war ja eine Zeit lang Batman da ich glaube die erste Version oder das erste Mal war es in der Reihe Prodigal wo er dann den Mantel des Batman übernommen hat also ich habe auf jeden Fall Sympathie für die Figur manchmal ist es mir dann ja doch dann zu weit weg von Gotham also die ganzen Blütheven Sachen naja waren gute dabei waren weniger gute dabei aber ich sage jetzt mal der Eisner der wird schon zur Berechtigung da drin sein und dann kann man mal reingucken Markus wie ist es bei dir wann hast du denn zuletzt was von Nightwing gelesen ich muss ehrlich zugeben ich habe da einen gewissen Abstand zu Nightwing einfach aus dem Grund weil ich immer denke ja jetzt versuchen sie noch einen zweiten Batman aufzubauen obwohl das was du mir jetzt erzählt hast mich wäre das Interesse noch mal ein bisschen steigern lassen dass ich dann sage okay ja vielleicht tue ich dem Charakter auch unrecht aber ich sah das ich sah die diese Rolle einfach wirklich als okay machen wir noch mal nach vier ich glaube es gibt vier Hefte Batman Hefte Shadow of the Bat Lieblings of the Dark Knight Batman and Detective Comics habe ich ein paar vergessen auf jeden Fall einfach nur noch einer mehr und das als andere Person ich fand ich habe mich nie damit anfreunden können aber vielleicht fange ich jetzt mal damit an einfach mal um nicht ungerecht zu sein bei den Dingen ich bin da so ein bisschen auf Markus Seite manchmal ist er einfach echt nur der feuchte Traum von vielen Mädels und da wird das auch wirklich komplett ausgespielt aber ich habe die Serie Titans gesehen ich habe Batman und Harley Quinn gesehen also ja er ist ein vielschichtiger Charakter als es manchmal so die Optik vermuten lässt und gerade so dieser Meme Charakter gerade mit Batman hält die Welt in Atem wenn das zitiert wird oder der berüchtigte Robin Slap den du wirklich durch einige Memes durchgejagt bekommen hast dann macht das neugierig vor allem wenn das dann Eisen Award hat wird eben oft auch wirklich nur quasi so ein bisschen so das Gegenstück fast schon zu Magic Mike für Mädels reduziert und das finde ich eben schade gerade weil dieser Robin wie viele eigentlich eine sehr sehr tragische Hintergrundgeschichte haben aber das fällt oft hinten raus wie es Breedstorm schon angemerkt hat ja das sexy Ding ist auf jeden Fall ein Aspekt davon der Figur dass der halt einfach zusätzlich irgendwie ich will nicht sagen draufgepfropft aber wahrscheinlich schon wurde wobei man sagen muss als Robin war er auch immer der Typ in den knappen Shorts und so das ist irgendwie so angelegt gewesen vielleicht keine Ahnung ich will es nicht bewerten aber es ist auf jeden Fall ein Teilaspekt und ich meine wenn wir sowas haben wie Harley Quinn eine sexy Catwoman oder auch eine Poison Ivy die ja auch durch und durch sexualisiert sind warum dann nicht auch mindestens mal eine Nightwing in der Richtung kann ich zumindest nachvollziehen ich verstehe die Präferenzen aber deswegen enthält mich eine Harley Quinn oder eine Catwoman mehr als zum Beispiel Nightwing weil das eben meine Präferenzen dann sind absolut ich verstehe es schon wirklich geht mir ja nicht anders man muss natürlich auch unterscheiden wenn du das schon vergleichst mit den mit einer Poison Ivy oder einer Catwoman das ist natürlich eine sehr männliche Fantasie die Frage ist jetzt ob Superhelden die sind ja nicht automatisch eine weibliche Fantasie weil wie ich gelernt habe aus einem bestimmten Comic den ich jetzt vorstelle das ist auch einfach eine eine Macht Fantasie von Männern wenn du so sehr starke Typen hast das ist nicht unbedingt nur automatisch eine weibliche ja Sexualisierung schöne Überleitung beziehungs ja ich bin sehr gespannt was dann gleich als übernächstes von dir kommt Breedstorm aber jetzt erstmal der Markus wieder dran denn wir sind von vorne in unserer Reihe am Start klingt komisch ist aber so so was ich euch noch mitgebracht habe ich habe es zu meinen Bestürzen gesehen dass ihr Ash Earthgen Superheroes schon mal besprochen habt im Rahmen der Sendung habt jetzt da aber nicht reingehört um nicht irgendwelche Doppelungen zu kriegen lasst euch da überraschen ich habe Harald Havers den Chefautor dieser Serie in München das letzte Mal getroffen eigentlich habe ich ihn das erste Mal getroffen in Erlangen als er noch irgendwie den 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 Preis moderiert hat so lange ist das her und wir kennen das schon seit einiger Zeit und in München wie ich auf ihn zugegangen habe gesagt hey wir haben doch jetzt irgendwie bis bei sieben dieser Serie mal rezensiert und interviewt hast denn da noch was für mich und hab dann selber weil ich eben das Ganze nicht weiter verfolgt habe zu meiner Bestürzung gesehen oh die sind ja schon bei Band 28 was machen wir da und eigentlich sind sie schon noch weiter weil es gibt ein paar Specials die danach rausgekommen sind ich hab von ihnen ein Packen in die Hand gedrückt bekommen und hab jetzt Binge Comic gebinge readet sozusagen und bin jetzt von Band 8 bis Band 28 durch und kann euch berichten es ist lustig es ist unterhaltsam und es ist auch nicht ganz so so gefällig manchmal wie man sich das vorstellt es ist ein österreichischer Superhelden Comic der bei manchen Leuten auf auf Widerstand stößt weil weil sie ihn nicht gut genug finden im Vergleich zu amerikanischen Comics die Österreicher an sich fanden den toll es gibt dazu einen Song von Wörst das ist eine Band die den gespielt hat es gibt ein Bühnenprogramm dazu es gibt eine Option auf eine Verfilmung das ist so das Aktuelle was der Harald mir erzählen konnte also es ist jetzt nicht geheim oder sonst irgendwas aber in der letzten Zeit wurden wohl die Filmrechte gesichert was daraus wird wird sich zeigen und von von der Geschichte her reden wir hier von einem Comic Superhelden Team das in Wien stationiert ist die Wiener Wächter die es schon früher gab und diese ewigen Bezüge auf auf Wien auf Österreich und auf das nähere Umland in Anführungsstrichen es gibt Abenteuer in angrenzenden Ländern von Italien bis eben die Tscheche Slowakei beziehungsweise damals noch und Ungarn beziehungsweise Russland in dem das ganze stattfindet aus verschiedenen Gründen mit mit Sachen und das ist jetzt so ein bisschen das Groteske wenn man sagt okay wir haben Namen wie Captain Austria das geht noch vielleicht so international aber Lady Reumarkt oder Furie oder der Bürokrat oder das Dolau Weibchen das bei manchen dann sofort auf Parodie vermuten lässt was es nicht ist also man man kann halt sagen ey die versuchen ernsthaft hier eine Serie rauszubringen und meine Bewunderung gilt der Tatsache das habe ich am Anfang vor vor ich glaube sechs Jahren das ganze losgegangen dass sie das regelmäßig rausgebracht haben und zwar jedes Jahr sechs Ausgaben roundabout die Corona sagt das ganze ein bisschen verlangsamt aber zuverlässig wie Fans gefüttert mit Inhalten die wirklich sehr sehr lustig aber auch sehr sehr spannend sein können beim Binge Watchen ist mir aufgefallen die erste Story ist halt sehr persönlich es geht um einen Bruder von Lady Heumark der halt manipuliert worden ist der die Gruppe angreift und am Ende löst sich das ganze in Band 17 auf es gibt einen neuen Story Arc der spannender ist da geht es um den kalten Krieg der übrig geblieben ist mit einem wahnsinnigen Twist am Ende dieser Storyline und in der dritten geht es halt um den Verwalter der im Geheimen die Wächter alle entführt und am Schluss kommt es zum großen Showdown im Band 28 Battle Royale heißt das Ganze und ich fand alle drei in einem Stück zu lesen war natürlich ein Privileg was nicht jeder hat aber natürlich die schönste Art weil auch hier wie in den alten amerikanischen Superhelden Heften immer wieder ein Bezug auf alte andere Stories und Hefte gelegt wird und zur Erklärung muss man halt das alte Heft rausholen was ist jetzt damit gemeint gewesen und dann ist natürlich toll wenn man alle an der Hand hat und das ist dann schwierig für Neulinge zu sagen okay muss ich mit Band 1 anfangen und da kann ich sagen ja muss man leider weil zwischendrin die verweise einen wahnsinnig machen können dass man sagen kann okay ach ja das ist das das ist das wenn man es nicht mehr im Kopf hat ist es wie ein Kompendium diese Sammlung die einem sagt okay das ist damit gemeint und das macht das ganz interessant obwohl Harald Harbers die ganze sache geschrieben hat gibt es verschiedene zeichner das muss man auch mögen das heißt es gibt die guten und die nicht ganz so guten oder die mit einem anderen stil das ist gar nicht als kritik gemeint sondern wirklich wenn man das nicht gewöhnt ist ist das ein Problem aber auch bei den amerikanischen seien ist so dass der gute zeichner ich nenne jetzt mal john romita jr das war zum beispiel so ein grund warum ich bestimmte sachen gekauft habe und dann war der nur auf dem cover drauf ja so ähnlich solche in antworten enttäuschungen kann einem auch bei bei ash passieren dass man das cover toll findet wie bei vielen sachen und im inhalt sieht es ein bisschen anders aus das hat sich im laufe der vergleich zu den ersten vier noch viel besser geworden die ersten vier sind etwas so handfester rustikaler die späteren sind finde ich gefälliger und gerade der zweite story arc ist für mich der beste im dritten ab band 25 stellt man fest okay corona haut mitten rein es gibt ein verreduzierteres heft von den von den sachen her und ich habe auf band 28 den Eindruck gehabt hey hier wurde relativ schnell noch mal geguckt dass man den 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 die story zum abschluss bringt bevor man dann mit sonderbänden anfängt und um rauszukommen aus diesen alle zwei monate gibt es ein neues heft das konnten sie sich dann wahrscheinlich finanziell und eben auch arbeitstechnisch nicht mehr leisten und deswegen gibt es jetzt sonderbände die im sammeln größer und dann eben auch besser zeitig gesehen organisiert werden aber insgesamt mein Urteil zu Ash ist auf jeden Fall eine empfehlung wert man kann es reingucken und wenn man sagt okay die österreicher interessieren mich nicht es gab am anfang dieser ganzen geschichte die liga der deutschen helden mit deutschen sachen da hatte ich aber den eindruck war die parodie ein bisschen mehr im vordergrund also da waren solche superhelden dabei wie der jeck der hat die ganze zeit kölsch gesprochen und das ist jetzt ein bisschen over the top was mich dazu führt nochmal darauf hinzuweisen dass Dialekt in diesen Heften relativ stark gefordert gesprochen wird nicht so wie Asterix auf bayerisch oder Asterix auf wienerisch aber doch schon dass man das auch mögen muss wenn die Leute also bestimmte Charaktere in Dialekt verfallen um dann das zu verstehen kleine Sache am Rande ist noch ich weiß nicht wer da alles drauf ist als Passanten in diversen Szenen aber es sind neben den typischen touristischen Attraktionen aus Wien oder aus anderen Städten die Menschen die wahrscheinlich da im Crowdfunding Geld bezahlt haben und dann eben da auftauchen weil manchmal unvermittelt Leute da stehen die auch ein Wort sagen die eigentlich nichts mit der ganzen Sache zu tun haben nur auf diesem Panel zu sehen sind und da denke ich mir manchmal ey den kennst du doch oder der sieht doch so aus wie der vielleicht sind da eben Leute mit eingebaut worden die diese Serie unterstützt haben was ich und und nicht im Abo hast war ich dann irgendwo raus ja die erste kenne ich auch noch und hab dann ich glaube auch die ersten sechs oder sieben also auf jeden Fall den ersten Paperback und dann noch eine Handvoll danach gelesen ich glaube im ersten Paperback waren auch noch vier drin oder so und hatte dann noch ein Abo aber die sind Sangen und klanglos allesamt im Schrank verschwunden die Österreich und eben auch aus Deutschland und generell aus dem deutschsprachigen Raum die Superhelden Comics machen wollen was ich ja schon mal gut finde es gibt ja auch weitere Superhelden sage ich mal deutsche Abstimmungen in der letzten Jahre die wir uns auch länger bei den Comic Cookies schon angeschaut haben jetzt ist ja so dass gerade diese ganzen Themen die du auch angesprochen hattest lieber Markus nämlich zum Beispiel dass und natürlich nicht zuletzt dieses ganze Ding auch mit den Dialekten die zumindest bei der Liga Deutscher Helden eine große Rolle gespielt hat dass das der Serie effektiv vielleicht mehr im Weg steht als es letztlich hilft da weiß ich nicht so genau ob es nicht eine Möglichkeit gäbe das irgendwie cooler zu gestalten weil es tut mir leid ich habe nicht den Eindruck als wäre Ash jetzt so der mega Erfolg gewesen der letzten Erfolg sonst hätte sich das Ding auch nicht 28 Episoden gehalten aber man sieht den Bruch ab 25 also Nummer 25 schon deutlich davor war das Ding wie gesagt hat es richtig Spaß gemacht und ich kann nur sagen es ist insgesamt gesehen wie du schon richtig sagt es ein bisschen schräg und wer sich auf Österreicher nicht einlassen kann weil er sie grundsätzlich nicht mag ist mit der Serie wahrscheinlich nicht so gut bedient oder gerade deswegen einfach mal gucken es macht schon Spaß reinzugucken aber das schon recht cooler könnte dem gut tun aber das ist ja von Anfang an schon so gewesen dass man ich finde es toll wie Harald das gesagt hat wir ziehen das so durch und es sind auch sagen wir mal was die Story was die Bindung angeht und was auch die Backstories angeht die immer mit dabei weil immer wieder so Sachen auftrauchen aus den 50er Jahren dass Cap Nostria eigentlich auch noch eine geheimere Identität hat als er für die Amerikaner gearbeitet hat im Kalten Krieg in Südamerika oder sonst irgendwo und das macht das Ganze wieder sympathisch und dann eben auch noch in einem Stil gezeichnet die der Zeit entspricht und zum Teil auch eben einer Sprache die das Ganze so ein bisschen das Richtige ich finde das Projekt wunderbar auf der anderen Seite tut es mir leid wenn es halt eben durch diese wir sind immer am Rande wir haben kein Geld mehr wir können es leider nicht machen es ist kein großer finanzieller Erfolg glaube ich jedenfalls aber das ist so meine persönliche Einschätzung Patrick hast du die mal in der Hand ich habe auch die ersten paar Bände habe sogar auch wie ihr den Anschluss so ein bisschen verloren also es war nicht nur durch Corona ich fand es gerade das sympathische dass die nicht übertrieben cool sein wollten sondern dass die einfach knallhart ihr Ding durchgezogen haben irgendwie sind mir zu viele Comics dazwischen gekommen dass ich das aus den Augen verloren habe ich möchte in der Hinsicht dann vielleicht noch mal erwähnen zum Beispiel wahre Helden von Müller Werf Mia Lovic spreche ich das richtig aus weil da fand ich Mialjovic Mialjovic okay genau da fand ich das Setting sympathischer dass die da in Australien quasi strafversetzt wurden und da dann quasi dafür sorgen müssen dass alles so seine Bahnen läuft also in der Hinsicht habe ich ja das macht es nicht sagt man österreichisch ich weiß es nicht auf jeden Fall ich mochte gerade dies unangepasste sehr weil es da ich so ein Alleinstellungsmerkmal hatte ja es ist so dass man sagen kann was wäre also es sind sehr nah an der Realität oder man hat die Vermutung auch wenn es halt sehr fantastisch ist dass es menschelt in der ganzen Geschichte sehr geerdet und das macht das ganze wirklich sympathisch man muss wie gesagt empfehlen es gibt vier sammelbände dazu und jetzt eben diese sonderausgaben dass man sich nicht mit den Heften auseinandersetzt sondern eben doch mit den sammelbändern um dann eben auch noch die variant cover zu sehen eine lustige variante glaube ich nicht der der hamale hat eins gemacht sondern ralf könig hat bei den liga der helden noch eins gemacht das ist ganz lustig vor interessant wenn wir mal gucken was für deutsche helden wir bekommen haben wo sie immer wieder sagen wir haben ja nix und dann guckst und findest dann doch so eine riege wo quasi tracht man fast schon so die sperrspitze ist oder zumindest einer der bekanntesten dem captain berlin dass da noch einiges dabei ist ja das genre ist gar nicht so einfach das ist gar nicht so einfach herzustellen dass man da eine ernsthafte Serie rausbringt die die leute nicht direkt mit den amerikanischen heften vergleichen und dann eben abtun ja ich würde mich genauso fragen wie wäre es zum beispiel wenn so ein nightwing zum beispiel durchs frankfurter viertel läuft das würde ich auch lesen aber das wäre auch sehr speziell deswegen finde ich die idee schon sehr cool ja unter umständen ist auch so eine abstrakte stadt wie meinetwegen jetzt konkret gotham city auch besser geeignet um dort abstrakte fantastische abenteuer geschehen zu lassen wenn meinetwegen jetzt hier durch frankfurter city plötzlich der riesen keine ahnung weltenfresser laufen würde und dann müssten green lantern und superman und sonst wer da irgendwie strahlen abfeuern das fändeste vielleicht wirklich ein bisschen schräg und ähnliches problem könnte es dann auch geben wenn du solche fantastischen elemente bei ash mit einbaust ob eine gewisse abstraktion dann da nicht vielleicht wirklich gerade bei so fantastischen punkten und story elementen die bessere idee ist das könnte alles sein oder aber eben auch wirklich die 180 grad drehung und den ernst komplett rausnehmen sich nicht zu ernst selbst nehmen da haben ja andere serien die wir jetzt ja auch genannt hatten schon auch mehr erfolg mit gehabt ich kenne die lösung nicht was auch nicht vielleicht gibt es auch keine lösung weil es kein problem gibt dass alles super läuft ich kann es nicht einschätzen aber ich glaube wir sind uns mal auf jeden fall einig dass auch die personen hinter diesen konkret jetzt auch hinter den ash comics dass die toll sind ich habe den harald ja auch schon im gespräch gehabt für seine anderen comics die er so macht der ist ja nicht nur mit diesem ash projekt verbandelt der ist ja wirklich auch sehr umtriebig in der comics scene und ist auch immer für ein gespräch zu haben so viel kann ich auch an der stelle glaube ich mal verraten also wenn ihr ihn trefft quatscht ihn mal an und rechnet ihm mal mindestens schöne grüße von andi und marcus aus wir scheinen ihn beide ein bisschen zu kennen jo und bücher nicht vergessen und kaufen genau oder freestorm falls ihr das lieber macht oh ne da verdient er doch nichts dran das ist doch quatsch scheiße streit das raus apropos lieber breedstorm du bist dran mit deiner zweiten besprechung für heute und ich glaube jetzt muss ich ganz genau zuhören ich glaube ich kann jetzt was lernen ja viel zu lernen du noch hast mein viel zu junger Padawan ich stelle jetzt vor mom mother of madness wie bin ich da drauf gekommen also ich hatte das cover schon mal irgendwo durch die sozialen mediengeistern sehen und hab gedacht ja okay erinnert so ein bisschen an kickass keine ahnung ja vielleicht irgendwann mal aber reizt mich nicht so sehr hab mich auch nicht weiter damit beschäftigt bei drei frauen in comics wurde der comic vor kurzem besprochen und ja die besprechung hat mich so dafür interessiert dass ich mir das dann geholt hab die war wirklich sehr gut da nochmal danke für den hinweis den du gegeben hast das ist wirklich eine schöne besprechung hört mal bei den frauen rein comic klatsch ich hab die sandra hat mich angeschrieben heute andi danke fürs empfehlen aber bitte sagt comic klatsch und nicht drei frauen in comics das wäre nämlich nur noch der untertitel also comic klatsch Leute hört rein geiler scheiß danke brütser okay selbstverständlich beim comic klatsch und ja ich hab dann gehört dass dieser comic jetzt mega erfolgreich er wurde geschrieben von emilia clark und margaret bennett und die emilia clark ist dem meisten sicherlich bekannt als schauspielerin von der khaleesi in game of thrones und damit hat der comic wahrscheinlich von vornherein ein bisschen mehr aufmerksamkeit als wenn das jemand geschrieben hätte der ja deutlich unbekannter ist die zeichnungen sind von leila leis und leila del duca und es handelt sich hier zweifelsfrei wie man im cover sehen kann um einen superheldin comic aber sie ist also mom mom ist keine superheldin wie all anderen denn ihre superkräfte entwickeln sich wenn sie ja ihre periode hat unter diesen umständen kann sie gegen das verbrechen kämpfen und hat ganz 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 viele verschiedene fähigkeiten zum beispiel wenn sie angst hat dann wird sie unsichtbar wenn sie glücklich ist dann zerfließt die so so ein bisschen wie mr fantastic wie wir das schon gesehen haben und diese kräfte benutzt sie um des nächtens gegen böse menschen zu kämpfen tagsüber hat sie also ihr name ist maya hat maya eine aufgabe und zwar ist sie alleinerziehende mutter und im laufe des comics kriegen wir immer ein bisschen mehr erzählt von ihrem leben wir kriegen mit wie als kind ihre eltern gestorben sind wie sie dann möglicherweise diese kräfte bekommen hat wie sie ja den den vater ihres kindes kennengelernt hat was dann auf eine sehr unschöne art und weise auseinander ging weil es gab dann auch körperliche schläge für sie von diesen typen und da sind schon sehr sehr viele elemente mit eingebaut worden die die serie ganz gut beschreiben denn es ist als feministischer comic angelegt und ja die das ist die der rote faden der den comic durchzieht es geht darum feminismus ein bisschen zu promoten diesen comic aber auf eine ganz besondere art und weise er ist sehr bunt sehr knallig und er ist auch durch die verschiedenen rückblenden und so vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen und wenn man den comic klatsch gehört hat dann weiß man dass die frauen die das gehört haben eigentlich da mehr verständnis für hatten als so die rezensionen die so im umlauf sind dann durchblickend da wird oftmals von männern geschrieben dass das ganze doch sehr durcheinander ist und sie verstehen das alles gar nicht und da haben die beim comic class einen sehr interessanten spin reingemacht weil sie haben einen transmann mit in diesen podcast genommen daro heißt er glaube ich der eigentlich gar keine comics liest und dazu jetzt sage ich mal zu den comic spezialitäten nicht allzu viel dazu sagen kann aber er kann natürlich dazu sehr viel sagen wie ist es wenn du hauptsächlich östrogen in dir hast und wie ist es wenn du dann plötzlich hauptsächlich testosteron in dir hast und das macht er auch also er sagt dann halt ja es kann durchaus sein dass Männer das aufgrund der Hormone dann auch irgendwann schwerer verstehen können diese Situation und das ist natürlich ein interessanter Präambel die er da aufgemacht hat ob das wirklich so ist muss glaube ich jeder für sich entscheiden aber es ist tatsächlich auch so dass viele Situationen dargestellt werden schon von Anfang an die du als Mann so nicht wahrscheinlich so erlebst also es geht um Sexismus bei der Arbeit dieses Gewaltthema kommt da drin vor wie sind Dinge in der U-Bahn wenn du damit durch die Gegend fährst und das sind alles Sachen die hier dargestellt werden teilweise das stimmt ein bisschen durcheinander aber die beim Comic Klatsch die hat ein großes Verständnis dafür weil sie sich da wieder gefunden haben es ist jetzt bei mir natürlich etwas schwieriger weil ich diese Situationen gar nicht habe die sich da darstellen und natürlich wird auch die Situation der alleinerziehenden Frau in diesem Comic auch ein bisschen dargestellt sie hat zwar oder es wird so ein bisschen zu ihrem Lebensabschnittsgefährten kommt ein netter Herr dazu und da muss ich sagen das ist auch der einzige nette Herr in diesem Comic weil sonst Männer sind in diesen ganzen Comic von vornherein also komplett auch als Arschlöcher dargestellt die ganze Gesellschaft ist da sehr sexistisch also dagegen wäre die Realität wie wir sie momentan haben wahrscheinlich ein Paradies die Frauen werden zum Beispiel es gibt Firmen Politik die sagt ja übrigens zieht euch bitte ertragen und das ist natürlich eine Situation die da sehr überspitzt dargestellt wird soll ja auch ein bisschen was erklären und Erklärung ist auch was was wir regelmäßig in diesem Comic finden zum Beispiel diese Geschichte was ich vorhin angesprochen habe wie werden Frauen in Comics dargestellt also sehr sexy als Objekte und Männer sind dann sehr muskulös aber wahrscheinlich sehr oft nicht um Frauen irgendwie glücklich zu machen bei diesen muskelbepackten Anblick sondern es sollen laut der Autorin Machtfantasien von Männern sein also quasi wenn ihr Superhelden Comics lest dann kann das durchaus sein dass da möglicherweise eine Machtfantasie hinter steckt und die Frage ist jetzt für wen ist das wirklich die Zielgruppe weil ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt also die Rezensionen sind sehr sehr unterschiedlich und ich glaube es kommt auch so ein bisschen drauf an mit was hat man gerechnet als man hat man wirklich gedacht wenn man dieses Cover gesehen hat das ist jetzt eine typische Superhelden Serie wie von Marvel DC oder meinetwegen Image irgendwie kennen oder hat man sich da ein bisschen vorher mit beschäftigt und ich comic und ich glaube ich verrate nicht zu viel wenn die eine der großen Gegnerinnen gegen die Maya am Ende kämpft ist eine Frau die vielleicht eine etwas andere Einstellung zu all dem hat und ja also der Erfolg gibt der Autorin recht offenbar ja Autorin nennen aber ich glaube Emilia Clark hat ja auch viel von dem Vorwort dazu geschrieben ich glaube dass ihre Popularität doch dazu geführt hat dass da einfach mehr Leute auch einfach mal hingeguckt haben das kann wir durchaus lesen wir bedanken uns auf jeden Fall bei Carlsen da hat man nämlich ein Lese PDF dazu deswegen kann ich jetzt zu dem ich glaube ist ein Hardcover Band nichts dazu sagen und man kann den lesen wie würdest du das sehen Patrick ich habe den auch als kann hier ausnahmsweise mal nicht vom haptischen Eindruck reden ich finde irgendwo hat sich das Ding teilweise verloren weil man zu viel gesellschaftskritische Aspekte reinpacken wollte da ist dann dieser feministische Aspekt fast komplett rausgefallen weil man wollte wirklich einen kompletten Rundumschlag verpassen und quasi eine Konsumkritik Kritik auf die Modebranche und alles quasi raushauen da hat für mich dieser feministische Aspekt verloren aber im Prinzip fand ich den sehr interessant mich hat auch dieser Cast drauf neugierig gemacht deswegen war ich darauf gefasst was passiert ist und dann ist mir quasi der Gedanke gekommen im Horror Bereich ist das regelmäßig passiert dass Frauen in der Periode quasi durchgedreht sind eins der prominentesten Beispiele ist zum Beispiel Carrie von Stephen King quasi so sein erster Roman womit er quasi bekannt wurde nur dass Mom beziehungsweise Maya nicht Amok läuft sondern quasi die Periode dafür nutzt um irgendwann sowas wie eine Superheldin zu werden und da fand ich das so herrlich sympathisch wie quasi aus einem Second-Hand-Laden ihre Superheldin Kleidung wirkt und man sieht es auch der Hauptdarstellerin an dass sie an Emilia Clark angelehnt ist und der Titel Mom also Mother of Madness der ist auch nicht unbewusst gewählt weil sie war davor die Mother of Dragons also schon klar dass man mit der Popularität wirklich gespielt hat ich fand es auch wirklich schön also diesen Rundumschlag ich fand den gar nicht mal so schlimmen Männer wir könnten uns andersrum genauso viele Gegenbeispiele gefallen lassen wie sexistisch war James Bond früher wie sexistisch waren einige männliche Helden früher das müssten wir uns dann im Gegenzug auch gefallen lassen wie runtergedummt einige der weiblichen Companions oder Bettgehilfinnen von James Bond damals waren oder von diversen Helden damals ist eben so für mich war das wirklich ein interessanter Hybrid dann aus Deadpool und Fight Club und gerade bei Fight Club beziehe ich jetzt in Hinsicht auf die Gesellschaftskritik die hier wirklich allgegenwärtig ist die Gesellschaftskritik ist für mich das was den meisten Teil des Comics einnimmt deswegen als Film würde das wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit besser funktionieren weil du da so eine Stimme aus den Off hattest die das alles so schön sarkastisch kommentieren könnte und dann hast du noch dieses entertainige mich würde es wirklich freuen wenn die Frauen quasi auch ihren Fight Club kriegen weil dieser Film hat mich seltsamerweise durch eine seltsame Phase meines Lebens begleitet wo ich wirklich am Arsch war aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen deswegen finde ich das schön dass Frauen quasi jetzt auch ein fast schon ungeschminktes Frauen Helden Bild kriegen die Mutter sein dürfen die auch nebenbei Kinder haben die auch nebenbei ihre Fehler haben dürfen weil sonst sind das wirklich oft so glatt geleckte Heldinnen ohne Motivation hier hast du mal eine Heldin mit Motivation das fand ich alles schöne Aspekte ich zähl mich auch zu den Leuten die sagen ich hab das nicht zu 100% verstanden ich fand die Ansätze wirklich schön ich fand das nett und gerade dass ein Emilia Clark dann für eine Popularität gesorgt hat hat dafür gesorgt dass wir das PDF wahrscheinlich gelesen haben neben der Besprechung von Comic Clutch ich wurde unterhalten auch wenn es mir nicht zu 100% gefallen hat oder es mir teilweise zu sehr in alle Richtungen der Gesellschaftskritik ausgeufert ist aber ich fand den Spaß nicht mehr ich habe Schlimmeres befürchtet ich habe Männerfeindlicheres befürchtet gerade dadurch dass die Gegnerin am Ende eine Frau ist die eigentlich komplett auf Kapitalismus aus ist zeigt quasi wie im Barbie Film dass der Kapitalismus im Prinzip der größte Feind ist weil die alle zu wie kann man sagen rückgratlosen Individuen macht die sich wirklich an alles anpassen wollen damit die Kohle stimmt das mit dem Kapitalismus habe ich nicht verstanden nochmal ist das irgendwie der Endgegner oder was war das mit dem Kapitalismus die Endgegnerin ist wirklich so eine Art Kosmetiker Chefin die das wirklich alles ausnutzt ne dann schneit das raus aber auf jeden Fall hat es am Schluss mit Kapitalismus zu tun alles klar also zwei Punkte noch die mir dazu noch aufgefallen sind du sagst was natürlich ein Punkt ist sie ist alleinerziehend und nachts vermöbelt sie irgendwelche Schurken halt also das ist natürlich ein interessanter Punkt weil das natürlich wie eigentlich ist sie ja dadurch schon ein Super Wesen Alleinerziehend bist Super Kräfte und sie schafft das halt beides also sie ist da jetzt nicht so ein angreifbares Wesen jetzt dadurch sie ist ja größtenteils gut hin wobei der Hinsicht alleinerziehende Mutter die abends dann ihr Kind allein lässt so optimal ist das dann auch nicht ja da da gibt es ja noch Leute die da also es gibt ja noch den Lebensabschnitt gefährden glaube ich aber und was mir noch aufgefallen ist wo wir es bei Frauen Figuren haben die in letzter Zeit neu geschaffen wurden wir kamen natürlich mit Kamala Khan als Miss Marvel auch eine Figur die so ein Hybrid ist aus verschiedenen Kräften also die auch diese Mr. Fantastic Fähigkeit hat dass sie so ja so gummiartig durch die Gegend ist die sehr stark ist also da war ich dann einen kurzen Moment gar nicht verstanden warum brauche ich so was so eine Figur die so ganz ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten hat die auch gar nichts miteinander zu tun haben also so ein Überwesen das fand ich hier dann auch gegeben klar hier hat es eine symbolische Bedeutung dass die Frau unsichtbar wird wenn sie Angst hat das sind alles sehr symbolische Sachen die sie als Kräfte hat ihr werdet das entdecken aber trotzdem fand ich das in dem Moment ein bisschen viel aber natürlich ich bin jetzt keine Frau aber ich möchte trotzdem auch geschlechtsunabhängig gern gut unterhalten werden das ist das Gute es gibt einige Metagags und Popkultur Anspielungen zusätzlich zur Gesellschaftskritik also da ist wirklich sehr sehr viel in die Offtexte reingepackt darf ich dazu kurz fragen weil ich gerade die Rückseite sehe nochmal zur Zielgruppe weil wenn ich das lese ist es zielt es ab auf Game of Thrones Fans das Bild zeigt auf der Rückseite sie auf einem Drachen oder hinter einem Drachen Springen darunter halt diesen Text das Chaos beginnt mit Maya tagsüber Wissenschaftlerin nachts Superheldin und rund um die Uhr eine knallharte alleinerziehende Mutter Deadpool Action und Fleabag Comedy prallen aufeinander als Maya ihre verrückten Superkräfte aktiviert um es mit einer geheimen Sekte von Menschenhändlern aufzunehmen das sehe ich so als Zielgruppe eher männlich gesehen also Action und verrückte Frau und ja da oben dann eben noch die Drachen alles so Sachen wo ich frage wo ist das weibliche oder sehe ich das falsch weil ich ja gesagt habe die ganze Zeit okay es ist nicht ganz so leicht für Männer offensichtlich das zu verstehen oder zu lesen aber verkauft wird es mir auf der Rückseite als knallharte Action Deadpool Fleabag Comedy aber Deadpool Action lustig aber knallhart ja ich weiß sie spricht ja relativ oft mit dem Publikum und es kommt auch zu ein paar lustigen Situationen aber knallhart würde ich das jetzt nicht bezeichnen also es ist eigentlich so bunt wie die ganze Kolorierung auch okay aber ist es dann nicht der falsche mit Game of Thrones hat es mit Game of Thrones hat es ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun also das ist sehr sehr weit davon auch entfernt ja das ist wahrscheinlich eine Marketing Idee ja da die Drachen aufs Cover packst aber Rückseite das wäre wirklich falsche Erwartungen vielleicht haben sie auch deswegen so ein bisschen auf den Deckel bekommen wobei ich das echt nicht verstehe wieso sie dann so sehr auf den Deckel bekommen haben ja boah das ist ich habe genau nicht so viel vorher gehört gehabt vor der Besprechung der Mädels vom Comic Klatsch und ich will das Ding auf jeden Fall noch lesen auch mit dem Wissen dass ich es wahrscheinlich gar nicht vollends verstehen kann eben weil ich als CIS-Mann auch anders aufgewachsen geprägt bin und deswegen Situationen einfach emotional allein schon überhaupt nicht nachvollziehen kann ich habe gar nicht den Wissensstand den ich vielleicht bräuchte um die um die Szenen des Comics verstehen zu können das ist ja so eine der Ansätze gewesen die der Gast von den Mädels dann auch da in der Besprechung hatte ich werde das Ding auf jeden Fall lesen es hat mich neugierig gemacht und das ganze drumherum und jetzt auch eben die Besprechung das sieht mich mal hundertmal mehr als die Tatsache dass Emilia Clark da jetzt beteiligt war wo ich jetzt ehrlich gesagt genau gar nichts also ich bräuchte das nicht dass die das jetzt gerade macht also keine Ahnung auch wenn wir sehen was sowas wie der der hier bei Berserker heißt der Comic von John Wick wie heißt der Schauspieler Patrick Keanu Reeves Keanu Reeves Keanu Reeves wenn der halt da auch was macht und das Ding letztlich irgendwie halt einfach nur ein weiterer Standardcomic ist oder so also ob da jetzt ein großer Name mit dabei ist bei der Produktion oder nicht ist für mich persönlich irrelevant aber alles drumherum das Thema des Comics und eben auch hier insbesondere das Handwerkliche also die Aufmachung das sieht mich jetzt hundertmal mehr und ihr habt mir irgendwie auch ein bisschen Bock drauf gemacht ich glaube man sollte das gelesen haben wenn man mal so ein bisschen eine Perspektiverweiterung möchte ich glaube die Frage der Zielgruppe die haben die Mädels sich auch gestellt und glaube ich keine abschließende Antwort darauf gefunden liebes Publikum wenn ihr das hier gelesen habt also Mom vom Carlsen Verlag oder einen der anderen Comics die wir heute besprochen haben und noch besprechen werden seid ihr herzlich eingeladen euch mal bei uns zu melden gern in unseren Chatgruppen das könnt ihr also insbesondere bei Signal und Telegram könnt ihr uns finden oder auch bei den Social Media Plattformen eures Vertrauens sind aktuell noch Facebook Instagram und X ihr mal Twitter unter Umständen gibt es da auch nochmal einen Wechsel mal gucken und ja schreibt uns mal wie euch ja diese Comics gefallen haben was ihr dazu denkt zu dem was wir sagen und zu dem was andere sagen ja dann möchte ich mal meinen dass wir jetzt zur nächsten Besprechung kommen und dann ist der Patrick wieder am Start ja jetzt bin ich mit The Last Ronin von den Teenage Mutant Ninja Turtles quasi am Start wir hatten es vor einigen Jahren dass Panini versucht hat den letzten Turtles Run zu veröffentlichen und irgendwann waren die Verkaufszahlen nicht mehr so gut dass sie das vorzeitig angestellt haben und jetzt kommt Splitter an natürlich in Verbindung mit dem letzten Turtles Film da haben sie natürlich ordentlich an Publicity und unser Kollege vom Paucast der Mattes also Matthias Henkert-Penning hat das Ganze übersetzt die haben quasi das Ende dieser Turtles Ära genommen und haben das quasi dann quasi als Startschuss äh als Startschuss gesetzt um quasi mit einem Paukenschlag rein zu starten und eigentlich war das eine ziemlich geile Idee weil es geht eben darum wie ist der Titel quasi schon spoilert The Last Ronin es ist quasi einer der Turtles hat ein Massaker überlebt ich will jetzt nicht spoilern wer es ist aber diese Person ist nicht nur von Erinnerungslücken zerfressen sondern natürlich auch von einem Rache-Gedanken weil einer der Erben von Splinter äh ne von Shredder sorry von Shredder hat quasi dafür gesorgt dass dieser eine Turtle quasi alleine ist und wir sehen dann immer wieder aus so drei unterschiedlichen Erzählperspektiven einmal die Gegenwart und das ist so eine Blade Runner artige Zukunft wo sich dieser Turtle allein quasi durchschlagen muss dieser Turtle muss dann äh seine Erinnerungen wieder finden und wir haben da Rückblenden die das Massaker zeigen und Rückblenden die im alten Stil der Comics von 1984 zeigen wie er sich nach der Situation zurechtgefunden hat man reimt sich das mit ihm zusammen was da passiert ist und es ist äh es gibt sehr sehr viele Anspielungen auf The Dark Knight also diesen legendären Frank Miller Comic es gibt auch Anspielungen ein bisschen auf Daredevil auf die Turtles generell natürlich und es ist natürlich auch so ein bisschen twistreich also Turtles sind damals als quasi nicht Spin-Off aber die sind damit gestartet dass die eine Parodie auf Daredevil waren weil die quasi eine ähnliche Origin haben die äh dieses radioaktive Material dass die ja dass Daredevil blind gemacht hat hat die Turtles und Splinter mutieren lassen jetzt zitieren sie nochmal Frank Miller komplett also die sind als Frank Miller Parodie gestartet und jetzt zitieren sie nochmal Frank Miller so schließt sich der Kreis fand das wirklich sehr sehr schön Matthias hat das auch gut übersetzt es ist schwer das ganze zusammenzufassen ohne zu spoilern ich will ja jetzt auch schon Geheimheiten wer dieser überlebende Turtle ist das war auch eine Überraschung für mich und trotzdem hat man noch so diese Turtles Ironie eben durch die Rückblenden dass du hier immer wieder siehst wie sie da miteinander harmoniert haben wie sie miteinander gewitzelt haben was auch eine April in der Zwischenzeit gemacht hat deswegen fand ich das schön dass sie mit gerade diesen Run gestartet sind und nicht nur sowas düsteres reingebracht haben oder nicht nur eine komplette Rache Story sondern eben auch so eine schöne Turtles Referenz so ein bisschen das Old Man Logan für die Turtles was eben auch einiges zitiert und einiges abfeuert und auch die Rückblenden im Kevin Lear Stil äh ne im Peter Lear Stil und Kevin Eastman Stil auch nochmal so richtig schön die Bandbreite geschlagen haben und eine Referenz an die 1984er Comics waren so schönes Ding wirklich ein super Einstiegspunkt auch für Leute die sonst nicht so viel mit den Turtles zu tun haben den Rest hat die Popkultur ja inhaliert alles was ihr wissen müsst wisst ihr quasi schon außer dass hier in dieser Version April O'Neill so ne Gentechnikerin ist und nicht die Reporterin die wir kennen aber das sind so diese einzigen Unterschiede die hier herrschen und das Ding ist in die zweite Auflage gegangen also Splitter hat's besser geschafft die Turtles zu vermarkten als Panini das ist auch ne schöne Leistung die man ihm zugute halten muss ich freu mich dass jetzt dieser Run komplett veröffentlicht wird und wir als Deutschleser auch in den Genuss kommen also ich werd da am Ball bleiben vielleicht das ein oder andere mal besprechen aber ich will da nicht zu viel versprechen ja das Ding ist ja wirklich mega eingeschlagen was ich hab so viel Gutes von dem Ding gehört unter anderem dass es auch schon komplett ausverkauft ist die erste Auflage war ratzfatz glaube ich weg und der Splitter Verlag war ganz angetan vom Ergebnis ne es soll ja auch ein Game dazu geben jetzt auf einmal und es gibt auch plötzlich Merch Figuren zu The Last Ronin obwohl der Comic schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat das ist wirklich jetzt in den letzten in den letzten Wochen auch durch den Turtles Film extrem eingeschlagen echt ein paar Jahre schon hat er auf dem Buckel okay ja ja interessant ja also ich freue mich tierisch dass er kommt ich hab da mega Bock drauf weil ich persönlich ja mich mit den Turtles super schwer tue ich mag das ganze Teenie Ding nicht und Pizza und hast du nicht gesehen also ich mag Pizza aber ich mag diese diese Stilistik nicht auch ich hab keine der Variationen die mit den Turtles so in den letzten Jahren daher kamen irgendwie gemocht ich kann mir tatsächlich am ehesten noch vorstellen aus comic historischen Gründen mal so in die ersten äh wirklich in die allerersten Ausgaben da rein zu gucken ich hab vor kurzem so ein YouTube Video gesehen über die Geschichte der Turtles und da war so ein bisschen halt eben ja mit Eastman und Layman und wie sie nicht alle heißen Lay Lay irgendwas keine Ahnung also da hätte ich schon Bock drauf auf jeden Fall und insbesondere jetzt Lars Ronan als quasi neuer düsterer Ansatz ist für so einen alten verbitterten Mann wie mich natürlich total gut wo ich da Bock drauf hab ich hab viel Interessantes gesehen auch Artworks von anderen aktuellen Reinkarnationen und Serien wo es mal mindestens inzwischen sechs Turtles gibt mit mal mindestens einem weiteren Typen und mal mindestens noch einer Turtledame keine Ahnung all das finde ich potenziell interessant Venus bin übrigens sehr gehasst es gab bei so einer Power Rangers artigen Serie da gab es Venus ok Venus heißt es die wurde wirklich sehr gehasst es gab auch noch eine andere weibliche Turtle die wurde in den letzten Jahren auch nochmal mit veröffentlicht die hatte auch komischerweise ein hellblaues Bandana die kam bei Waldem nicht so schlecht weg ich freue mich das da nochmal zu erleben aber dieser düstere Ansatz sorgt eben auch dafür dass das quasi Laien kennen die nur die Origin gelesen haben beziehungsweise ja die Popkultur quasi irgendwo mal mitbekommen haben deswegen finde ich das eine super Idee dass sie das als Einstiegskomik für den Splitter Run genommen haben obwohl es das Ende ist aber der ist so losgelöst du kannst das wirklich komplett unabhängig davon lesen okay das wollte ich mich eigentlich fragen weil jemand so wie ich der so in den 90ern und 2000ern eher wahrscheinlich eher 90ern dann diese Serie zum Beispiel geguckt hat und so grob weiß was die Turtles sind und was sie nicht sind der kann damit auf jeden Fall was anfangen sagst ja ja du kannst ja auch Old Man Logan lesen ohne dass du die kompletten 70 Jahre Logan gelesen hast du kannst auch The Dark Knight lesen ohne dass du 70 Jahre Batman gelesen hast das ist eben eine Dystopie okay interessant jo Markus wie sieht's aus hast du von The Last Ronin schon mal was gehört und wenn ja hast du Bock drauf und wenn nein hast du Bock drauf nein ich hab noch nichts davon gehört aber ich hab Bock drauf weil also ich find die Original Schwarz-Weiß-Serie die mir immer wieder mal aufgefallen ist in den 1 Euro Kisten der Comic-Läden eigentlich wunderbar als ja als rückblickend als die wo sie unbedingt noch mal haben und jetzt sehe ich das Ding es gibt übrigens dann auch jetzt im November The Last Ronin The Lost Years also es wird da schon wieder mal ausgeschöpft und es scheint mir wie so ein Neuanfang für das Ganze von da aus wieder zurück zu kommen aber so oder so sind die Turtles schon vollkommen recht weil ich da auch natürlich die ganzen Kassetten bearbeitet habe in der Hand gehabt habe da ging mir das so tierisch auf die Nerven dieses Teenage Mutant Teenage Mutant Teenage Mutant von Frank Zander gesungen das Titelied Wahnsinn also diese ganze Geschichte ist mir schon auf die Nerven gegangen immer wieder und das Comic ist auf jeden Fall besser und das hier wird mich jetzt glatt interessieren der einzige die Frage dazu eben auch warum 35 Euro bitte warum sind solche Sachen dann immer so auch wenn es 224 Seiten sind so wahnsinnig teuer also Hardcover an sich es fehlt aber da würde ich jetzt wieder so ein Pass aufmachen was ich vor 30 Jahren auch schon aufgemacht habe das das Ding ist unheimlich schnell in einer halben Stunde vielleicht durchgelesen und ja dann ist das Ding eine halbe Stunde mit 200 noch was Seiten ja mein Mann das verlese ich halt schneller als wenn mich interessiert ja lass es die Stunde sein aber es ist ja relativ schnell ja was da drin zu sehen ist es super Artwork gefällt mir sehr gut hat dann ein bisschen was von der Klapperschlange hier dieses ist das New York was da so eingemauert ist oder wo spielt das Ganze weiß ich gar nicht das müsste New York sein muss New York sein ja und so wie bei der Klapperschlange so eingemauert allein das interessiert mich schon wie das dann weitergehen würde aber manchmal bin ich für solche Sachen echt geizig ja obwohl es bestimmt eine geile Geschichte ist und dass ihr gesagt habt hey ausverkauft und so die Leute haben ja das Geld was ihr dann auch gut findet das dann auch für gute Sachen gutes Geld bezahlt wird aber manchmal kann es mir echt wahnsinnig teuer das hat zum Beispiel Volker Robran beim Comic Talk zum Beispiel mal erwähnt dass die Leute dann eher am Essen gespart haben als an ihren Vergnügen ja Inflation ist scheiße macht uns ein zu schaffen aber Leute wollen sich lieber unterhalten lassen und essen dann was minderwertigeres als dann aufs Entertainment zu verzichten ich bin aber auch der der am ersten als erstes bei sowas rum meckert ah was für 30 Euro dafür es ist hier auch wirklich schön wie quasi so die Spiegelung vom ersten Turtles Heft geschlossen wird im ersten Turtles Heft war es ja so dass Shredder gekillt wurde und jetzt sind hier fast alle Turtles tot und die Nachfahren von Shredder haben es überlebt und haben so eine Art totalitäres Terror Regime so wirklich eine nette Spiegelung von dem ersten Turtles Heft das man damals auch beim Gratis Comic Tag lesen konnte und er bei diesen Rückblenden wenn sich dieser Turtle da zurechtfinden muss nachdem alles zerstört wurde da ist auch wirklich dieses abgefuckte düstere Setting von den 1984er Turtles Comics wieder hoch gekommen da war das so richtig schön düster und fast schon nihilistisch wo ich dachte ja okay das ist mal eine neue Idee und das ist wirklich eine schöne Idee so einen Run abzuschließen dass du hier nochmal diese düstere Version zeigst und am Schluss gibt es natürlich einen Verweis auf eine eventuelle Nachfolgerei das schmälert das nicht wirklich ausnahmsweise man nicht ja also du hast meine Interesse geweckt um die Frage zu antworten sehr gut wie sieht es bei dir aus die Turtles und du wie ist da eure Verbindung ja wurde ich schon oft in diesem Podcast gefragt aber ich glaube ich war da einfach auch zu alt als es schon rausgekommen ist wenn ich so drei vier Jahre jünger gewesen wäre damit sozialisiert worden wäre ein bisschen mehr dann könnte ich das alles auch verstehen aber so berührt mich das einfach nicht das ist halt so dafür berühren mich die Masters of the Universe ist halt so und mich die Power Rangers bei Andi sind es eben die Power Rangers ja eben jeder hat so seinen Spin ich verstehe das bei Breedstorm Fetisch würde ich es auch nicht unbedingt nennen bei uns liegen eben zehn Jahre auseinander und das macht schon ein bisschen was aus womit du dann aufgewachsen bist bei mir waren es die Turtles bei Andi waren es die Power Rangers bei Breedstorm Masters of the Universe mega dann hoffe ich auch weiterhin dass solche Comics ein großes Publikum finden und möchte mich jetzt einem Comic widmen der definitiv schon ein großes Publikum gefunden hat und sich damit einreiht in die Reihe an Comics die Andi schon immer mal hätte lesen sollen wollen und müssen und jetzt auch gelesen hat und ich mache mal kurz die Besprechung dauert jetzt gleich zwei Minuten dann wechsle ich das Thema die Rede ist nämlich von Lucky Luke Calamity Jane das ist Band 22 ich habe auf all die Social Media Plattformen die wir so haben und eben auch in unseren Chatgruppen gefragt hier ich will mich mal wieder damit beschäftigen mit dem Lucky und seinem Luke und was da noch so an Geschichten am Start ist und was soll ich jetzt unbedingt lesen und da gibt es wirklich ganz viele Sachen ich bin jetzt auch gerade dran noch diese Postkutsche zu beenden und so aber der Calamity Jane gezeichnet von Morris und der Text ist natürlich auch von Goscini gewesen also den habe ich jetzt auch gelesen und kurzum ist ein toller Lucky Luke Comic wir erleben hier die Geschichte von Calamity Jane ihre ganze Lebensgeschichte und wie sie dann quasi so ein Abenteuer zusammen mit Lucky Luke erlebt es geht um den Saloon es geht darum den Saloon zurück zu erobern nachdem sie den fair gewonnen hat und aber eigentlich geht es darum wie so ein bisschen das Bild der Frau im Wilden Westen gewesen ist oder gewesen sein kann sie steht stellvertretend für vermutlich viele Frauen ist ein bisschen spekuliert jetzt ist aber auch völlig egal denn letztlich ist sie natürlich einer die halt hier ein Happy End verdient das bekommt sie auch die Geschichte ist kurzweilig sie ist unterhaltsam und vorhersehbar also wie es ja am Ende dann auch ergeht und wie der Weg dahin kommt und welche quasi Situation sie sich aussetzen muss und so das ist alles irgendwie vorhersehbar ändert aber nichts daran dass der ein toller kurzweiliger Comic ist warum habe ich den überhaupt gelesen was war mein Ansatz der Ansatz war der Zugang zur Swoosh App ja das Swoosh das hat nichts mit Nike zu tun denn meines Wissens heißt dieses dieser Haken von Nike das Logo von der Sportfirma Sportklamottenfirma auch Swoosh das ist der Swoosh soweit ich weiß damit hat es nichts zu tun nein die Swoosh App das ist eine im Juni gestartete App für digitale Comics da gab es dann innerhalb unserer Bubble durchaus ein paar Menschen die darüber berichtet haben denn Egmont Ehapa hat es hier hingestellt und eben jetzt hier diese App veröffentlicht in der wir verschiedene Comics finden können dazu haben sich noch Panini mit ins Boot geholt die aber auch wiederum einen Teil ihres Portfolios zur Verfügung stellen als digitale Comics da ist vieles dabei außer Marvel also auch einige tolle Sachen von DC Comics sind am Start und auch sagen wir mal weiteres also wie Star Wars beispielsweise und im weitesten Sinne auch das was die bei Panini in ihrem Vorschaukatalog immer so als Graphic Novel bezeichnen ja also quasi alles was halt übrig bleibt letztlich das ist wirklich nur ein Ausschnitt und die Ansage ist es hier Leute ihr könnt jetzt hier auf jeden Fall Comics lesen und zwar im Rahmen von so einer Art quasi Flatrate das ist der Ansatz ihr bezahlt einen Betrag den ich gerade nochmal zusammensuche und dafür könnt ihr im Monat halt ständig irgendwas lesen da gibt es ganz viele tolle Sachen die ihr kriegen könnt wenn ich das gerade hier so vor mir habe die Swoosh App genau könnt ihr jetzt im Rahmen von so einem Testing könnt ihr drei Monate lang für 9,99 Euro das Ganze lesen und im Anschluss ab dem vierten Monat steigt es dann auf 4,99 Euro im Monat dafür bekommt ihr jede Menge Comics digital und ihr könnt vor allem damit auch im gewissen Rahmen auf einem aktuellen Stand bleiben wir hatten hier als Comic Cookies einen Pressezugang zu dieser App ich weiß dass alle mal zumindest reingeguckt haben ich habe mich jetzt sehr viel intensiver damit beschäftigt und an der Stelle auch schon mal liebe Grüße an den lieben Steffen hier den ehemaligen Gründer der Comic Cookies der ja natürlich auch weiterhin ein Ehrencookie ist und natürlich auch in den Chatgruppen bei uns zu finden ist der ist ja auch weiterhin ein Stück weit aktiv auf verschiedenen Plattformen ich weiß da gar nicht so genau ich glaube Disney Central ist so eine davon und da hat er dann auch einen Artikel geschrieben wo er sich auch mit dieser Swoosh App auseinandergesetzt hat ich möchte dringend empfehlen diesen Artikel zu lesen ich verlinke den natürlich wie immer in den Shownotes ich habe mich also auch auf diese Swoosh App gestürzt weil ich ja total der Fan bin von digitalen Comics ich lese wahnsinnig viel digital hier auf meinem 10 Zoll Android Tablet und lese zum einen natürlich ganz viele von diesen PDF Dateien die wir von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen ich lese aber auch ganz viel von dem was man zum Beispiel in den Humble Bundles auch bekommen kann da gibt es dann auch immer teilweise gigabyteweise Comics für ein Appel und ein Ei dann in dem Fall auf englischsprachig und lese halt wie gesagt wahnsinnig viel also wenn ich in Urlaub fahre habe ich keinen Stapel Comics und Bücher dabei sondern nur mein Tablet und da ist aktuell so viel drauf ich könnte 10 Jahre vermutlich am Stück durchlesen und es ist so dass wir als digitale Comic Lesende ja so ein bisschen einen herben Rückschlag erlitten haben als quasi Comixology letztlich effektiv eingestellt worden ist ich will da jetzt gar nicht weiter ausholen möchte an der Stelle nochmal eine weitere Empfehlung droppen nämlich der aktuelle Batman Podcast den es gibt also Batcast kennt ihr vielleicht die machen ganz interessante Sachen zum Bereich Comics schon auch mit einem großen Schwerpunkt zu Batman und beim aktuellen Batcast 161 könnt ihr euch mal ein bisschen was anhören was die zu Comixology und so weiter gesagt haben ich habe mich ich wiederhole es jetzt nochmal auf die Swoosh App gestürzt und ich möchte sie euch mal kurz vorstellen weil sie viele tolle Sachen bietet aber letztlich nicht ganz konkurrenzlos dasteht und deswegen gegebenenfalls nicht die beste App ist die ihr für digitale Comics finden könnt ihr macht das ganze Ding auf habt dann den Zugang zu einer Kachelübersicht in dieser Kachelübersicht kriegt ihr in einer Standardeinstellung immer zunächst die neuesten Comics die insgesamt in dieser Plattform eingestellt sind angezeigt ihr seht dann quasi dieses Cover und auf diesem Cover ist so ein wenn man so will Sticker drauf der letztlich einfach nur neu bedeutet und wir wissen dann okay diese neuen Comics gibt es jetzt gerade in dieser Woche auf dieser Plattform wir sind uns ich habe mit anderen Menschen geschrieben bei uns in der Chatgruppe nicht sicher ob diese Comics hier auch wieder verschwinden ob das quasi immer nur eine Auswahl darstellt von verschiedenen Dingen die letztlich auch regelmäßig wieder aufgeräumt wird oder so das können wir an der Stelle noch nicht so genau sagen wir glauben aktuell noch keinen Comic zu kennen der wieder von dieser Plattform verschwunden wäre aber es gibt sie auch erst seit Juno wer weiß was da noch kommt so jetzt hast du da diese Übersicht und diese Übersicht jetzt nur mal um die aktuelle Seite mal zu überfliegen was da so alles drauf ist wenn ich mir wirklich alle Verlage also beide Verlage anzeigen lasse und auch neueste da geht es oben los mit Batman slash Catwoman da gibt es einen Bereich Joe Hill einen Bereich Graphic Novel einen Bereich Spawn American Jesus Brandon Sanderson und viele weitere Sachen und dann geht es hier auch weiter schon mit den ganzen Sachen von Egmont lustiges Taschenbuch Mickey Mouse Entenhausen Edition lustiges Taschenbuch Abenteuer lustiges Taschenbuch Entenhausen Stars Mickey Mouse Comics und so weiter und so weiter aber genau genommen bekommen wir hier eigentlich gar nicht die jeweils aktuellen Comics angezeigt die es gerade auf der Plattform gibt eigentlich bekommen wir Kategorien angezeigt in denen es jetzt wieder neue Comics gibt das bedeutet so viel wie dass ihr zwar oben rechts eine Auswahl einer Art Filter treffen könnt zwischen der Auswahl das sind exakt fünf Optionen die sechs also die eine Option ist alles anzeigen dann gibt es lustiges Taschenbuch als Anzeige dann gibt es Disney dann gibt es Lucky Luke dann gibt es DC Comics und dann gibt es Star Wars und alle Comics die ich gerade vorgelesen habe müssen irgendwie da reinpassen das bedeutet zum Beispiel dass wenn ich ich habe da gerade beispielsweise den Joe Hill vorgelesen also ich weiß nicht genau ob ich wenn ich jetzt einen Joe Hill Comics suchen würde ob ich den unter lustiges Taschenbuch Disney, Lucky Luke, DC Comics oder Star Wars suchen würde weil er eigentlich hier nirgends reinpasst er ist aber trotzdem auf der Swoosh App und ihr merkt schon das ist ein riesen Chaos die komplette Struktur und die Aufteilung der Comics wo ich was finde hier ist ein komplettes Chaos es ist ausgeschlossen dass ihr nach konkreter Eingabe auch zum Beispiel einem Suchfeld das es gibt genau den Comic von dem ihr wisst dass er auf der Plattform ist oder von dem ihr hofft dass er auf der Plattform ist es ist nahezu ausgeschlossen dass ihr ihn mit dieser konkreten Suche oder diese Systematik hinter diesem System findet nun gut muss das ein Problem sein oder eben auch nicht das ist so ein bisschen eine Frage die kann man beantworten wenn man sich über die Zielgruppe dieser Swoosh App die quasi eine ja letztlich komplett unter der Schirmherrschaft von Ehepa Egmont und die kriegen halt von potenziellen Partnern das ist aktuell nur Panini Comics wenn man so Freigaben wenn man so Freigaben für digitale Comics bekommt und die können die dann freigeben und dann kann man die da eben auch sehen aber letztlich hat das alles unter Ehepa Egmont und das spricht wen eigentlich an das könnte Leute ansprechen die noch nicht genug Comics gelesen haben die jetzt irgendwie noch was nachholen wollen und sich denken hierfür einen regulären Preis von 4,99 Euro im Monat und ich möchte aber in der Woche drei Comics lesen oder vielleicht auch zehn die ich noch nicht kenne und ich kaufe sonst nicht so viel an Papier im Kiosk oder so für die könnte das was sein es könnte ganz konkret was für alle die sein die zum Beispiel alles lesen was aus Entenhausen kommt denn was wir hier bekommen ist schon ziemlich tagsaktuell das Zeug alles rund um Donald Mickey Mouse und Dagobert und Hasse nicht gesehen also ein Beispiel kenne ich jetzt konkret ich kenne mich wie ihr vielleicht wisst im Entenhausen-Kosmos gar nicht so genau aus ganz aktuell das habe ich auch netterweise von Egmont Ehepa als Rezensionsexemplar beziehungsweise als Presseexemplar ungefragt zugeschickt bekommen ist die aktuelle Ausgabe von lustiges Taschenbuch Mundart ja in Ruhrdeutsch erscheint das ist in dem Fall übersetzt von mit übersetzt wahrscheinlich von Atze Schröder der ist auch als Ente persifliert oder zumindest gezeichnet hier mit auf dem Cover drauf und das war auch am selben Tag als es offiziell erschien auch hier in dieser App drin das Ding kriegt ihr glaube ich für keine Ahnung 8-9 Euro oder sowas im Kiosk oder eben hier digital dann in dem Fall für in einem regulären Betrieb für Euro 99 im Rahmen dieser Flatrate wer also alles aus Entenhausen liest und kein Wert drauf legt das in seine Sammlung zu packen und es dann aber auch noch digital mal gelesen haben möchte es aber nicht besitzt sondern immerhin nur gelesen hat für den könnte es was sein für Menschen die aber eine gewisse Vollständigkeit erwarten in diesem Portfolio ist es schon mal nix ja wir haben ja auch beispielhaft Lucky Luke ich hatte ja kurz über Climax Jane gesprochen da ist eine große Auswahl an Lucky Luke Comics drin aber es ist nicht alles es sind aktuelle Sachen dabei es geht glaube ich bis Band 100 oder so und davor sind auch viele drin aber ich glaube es ist nicht vollständig was aber nichts daran ändert dass die Auswahl insgesamt doch schon so groß und so breit ist so wie das bei allen Streaming Plattformen auch im TV und Fernsehbereich ist dass ihr hier mehr als genug zum Lesen findet aber es ersetzt auf keinen Fall eine Comic Sammlung und hat auch wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt den Anspruch auf Vollständigkeit hier sind viele tolle weitere Sachen drin ich könnte jetzt noch davon reden dass ihr hier alle mir bekannten Stranger Things Comic findet die wir hier zeitweise auch schon besprochen hatten das sind ja wirklich eine Menge Sammelbände ich glaube das ist vollständig drin es ist überhaupt kein Marvel drin das hat lizenzrechtliche Gründe vermutlich stark es ist aber dafür wiederum ganz viel DC drin und das Ganze aber auch wieder in dieser absurden und damit habe ich mich da ein bisschen genauer beschäftigt Kategorisierung da ist natürlich per se wenn du auf DC Comics in der Auswahl klickst schon das Ganze in verschiedene Superhelden eingeteilt quasi teilt Black Adam Superman Teen Titans Harley Quinn so wie ich letztlich auch DC Comics wie ich sie aufteilen würde wenn ich kategorisieren müsste aber da ist dann auch eine Kategorie Batman Catwoman weil es da diese eine Reihe gibt und genau genommen ist es doch aber eine Miniserie aus dem Black Label warum gibt es hier keine Subkategorie Black Label ja kann ich dir sagen weil dann der Comic der bei Aquaman drin ist der auch im Black Label erschienen ist wiederum nicht in der Aquaman Kategorie drin wäre es ist ein tierisches Wirrwarr und was wahrscheinlich einen technischen Hintergrund hat all diese Comics haben keine Tags man kann und Leute die sich ein bisschen mit Content Management Systemen auskennen ja grundsätzlich alles taggen du kannst eine Tag vergeben für kreative Menschen also für Artists für die AutorInnen und für weitere Leute natürlich für die Verlage für die Superhelden für die Stories an sich die Titel das können alles Tags sein du kannst jeden Comic vertaggen so dass er im Rahmen von Suchen zum Beispiel gefunden wird das ist hier an der Systematik scheinbar entweder noch nicht eingepflegt oder noch nicht möglich zur Verteidigung muss man sagen dass ich auch in Rücksprache mit Steffen und auch mit dem Andi von Power Comics das Ding hier wahrscheinlich schon noch gepflegt wird wir sind hier in einem Stadion Stadion das Release das ist halt draußen man kann es lesen man kann es genießen man kriegt viel geboten aber es ist noch lange nicht perfekt und lange nicht zu Ende entwickelt und bis das mal irgendwann der Fall ist und irgendwelchen Ansprüchen genügt vergeht wahrscheinlich noch einige Zeit wem die 4,99€ nicht zu viel sind der kriegt dir ja trotzdem was geboten ich muss aber sagen es sind auch ein paar gravierende Probleme drin die wurden teilweise wieder ausgemerzt beispielsweise funktioniert jetzt inzwischen wohl diese Favorisierungsfunktion so dass du dir zumindest eine Liste an Comics anlegen kannst nachdem du dich durch diese unzähligen absurden wirren Kategorien angearbeitet hast was du auch musst wenn du beispielsweise auf die Wonder Woman klickst das ist hier eine Kategorie in der Oberkategorie DC Comics dann kriegst du ganz oben angezeigt Wonder Woman Nubia und die Amazonen und wer sich vielleicht ein bisschen auskennt weiß das Nubia ist eine Person of Color ist auf jeden Fall eine andere Wonder Woman als wir sie aus vielen Jahrzehnten Wonder Woman schon so kennen das heißt wir klicken auf wiederum Wonder Woman drauf und kriegen dann da halt ganz viele Wonder Woman Comics angezeigt aber ganz oben eben diesen Nubia der wiederum keinen eigenen Eintrag hat und ihr merkt schon ich werde irre wenn ich das alles vorstelle und brech es deswegen hier an der Stelle auch mal ab ich möchte im aktuellen Status aus zwei Gründen leider von der sich ja gut gemeinten aber an vielerlei Stellen am Zielpublikum vorbeiprogrammierten App abraten aus zwei konkreten Gründen zum einen jetzt am Beispiel der DC Comics die waren für mich halt sehr interessant weil ich vor vielen Jahren bei DC ausgestiegen bin die Dinger sind krass verbuggt wenn wir uns mal angucken es gibt hier auch irgendwo so einen Joker Comic genau da ist ganz viel drin Joker War und so ist da alles drin und dann wollte ich natürlich wissen okay Joker War das habe ich schon mal irgendwo gehört keine Ahnung worum geht es denn da eigentlich und dann ist da die super Deluxe Edition drin und dann scrolle ich da so rein und dann will ich das wissen und ne Joker War war es gar nicht es war irgendein anderer aus glaube ich glaube war Superman also ich muss jetzt gucken keine Ahnung es ist mir bei drei vier DC Comics aufgefallen dass dieses Vorwort das ihr lesen könnt das ja ganz oft sehr erhellend ist um den Einstieg in so ein Sammelband oder generell in den Comic zu finden dass es überdeckt war von dem Artwork das da eigentlich im Hintergrund hätte liegen sollen ja da ist scheinbar was mit dem mit der mit der Schrift die da drauf gesetzt wurde die ja bei digitalen Comics bei Panini oft vektorisiert daherkommt das heißt wenn ihr rein zoomt dann ist sie halt noch lesbar da ist irgendetwas schief gegangen sodass jetzt in einer Handvoll Comics die ich testweise probiert habe zu lesen es mir nicht möglich war hier einen Einstieg zu finden eben weil hier eine Überlagerung da war quasi das Artwork quasi irgendwie so vor dem Bild vor dem Zeichnen davor vor dem Text davor es konnte es nicht lesen es war wie so vernebelt ganz komisch das ist der eine Grund warum ich abraten möchte und der andere Grund ist weil es was gibt was sehr viel besser ist das habe ich heute kennengelernt deswegen nochmal vielen Dank auch an diesen Badcast es gibt nämlich noch eine App namens Nextory Nextory ist quasi dasselbe in grün in teurer und du kannst im Basispaket ich weiß gerade nicht wie viel das ist waren es 8 Euro waren es 9 Euro im Monat kannst du 25 Stunden Comics lesen 25 Stunden das klingt erstmal nicht viel aber wenn man sich vielleicht so ein bisschen drüber nachdenkt was man eigentlich so alles lesen kann dann ist 25 Comics für so sag ich mal normale Lesende vielleicht gar nicht doch gar nicht mehr so wenig denn letztlich 25 Euro genau 25 Stunden für 10 Euro im Monat in der Basisversion und du hast da einen Zugriff auf in der Summe stolze deutschsprachige Comics von 14.230 Comics zum Zeitpunkt dieser Aufnahme da ist übelst viel dabei da ist DC dabei da ist Marvel aber auch dabei da ist Splitter dabei da sind also Dinge dabei wo scheinbar mal Panini Lizenzen hatte sie zumindest jetzt hier in dieser App irgendwie benutzen zu dürfen hinzu kommt auch noch CrossCult die haben da auch Dinge drin und bist du bei diesen 14.000 Apps über 14.000 Comics durch bist und da ist mal aktuell nach subjektiver Einschätzung mindestens mal das drin was DC was Panini nicht auch gerade schon in der Swoosh App drin hat ist die Next irgendwas App wie ich gerade vorgestellt hatte auf jeden Fall die deutlich bessere Option also in der Fall klare Alternative Nextory heißt es hier eher als Flatrate App zu benutzen als Lese App für Comics als im Swoosh wenn ihr dann noch sowas wie die Onleihe habt zum Beispiel das ist ja diese Online-Möglichkeit von vielen Bibliotheken Comics zu lesen dann habt ihr wahrscheinlich auch diese große Teile der Lucky Luke Dinge drin und insofern ist die sehr spitze Zielgruppe der Swoosh App um die es mir ja gerade geht eigentlich sind es die Leute die den aktuellen Kram aus Entenhausen lesen wollen und wer dann bereit ist für Euro 99 für aktuelle Entenhausen Comics auszugeben der oder die könnte hier die Zielgruppe der Swoosh App sein von der ich leider aktuell abraten muss ihr könnt gern mal im Rahmen dieses Test-Accounts reingucken das ist bestimmt keine schlechte Idee ich meine für 9,99 Euro drei Monate lang hier reinzugucken tut dir jetzt ja auch nicht weh ihr könnt vielleicht einiges nachholen und habt dann selber nochmal einen guten Eindruck gesammelt aber Swoosh ist zum jetzigen Zeitpunkt leider und es ist wirklich leid weil ich jede Bestrebung für digitale Comics gerne auch deutschsprachige digitale Comics da unterstützen möchte zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht funktioniert hat ich werde jetzt gar nicht anfangen mich über digitale Comics und weitere noch zu äußern das dauert sonst zu lange da gibt es ganz andere spannende Sachen und möchte deswegen aber nochmal ein bisschen auch hier die Frage quasi weiterreichen Breedstorm Patrick ihr hattet ja auch den Zugang zu Patrick hast du denn nochmal genau reingeguckt wie waren deine Eindrücke von Swoosh es war wirklich schön zum Stöbern sobald man aber genauer gesucht hat hatte man wirklich seine Probleme ich als in der Bubble weiß dass Joe Hill zu DC gehört weil er zum Black Label gehört das weiß aber auch nicht jeder Leute also normal los sind damit komplett überfordert das sind mir viel zu wenig Kategorien wirklich vergleich das mal mit den Bildschirmen von Netflix wo das eingeordnet ist in Queer in Mockumentary und so da fehlen wirklich sehr sehr viele Kategorien die das benutzerfreundlicher machen würden und dann stöberst du und findest wenn du jetzt nicht komplett auf Entenhausen stehst teilweise gar nichts ich hab mir da auch meine Favoriten markiert hab dann da weiterlesen können es war nur wirklich schwer ich dachte irgendwie ich will euch mögen weil ihr mir so viel Content bietet er macht es mir wirklich so unnötig schwer das ganze zu finden du musst da echt mal eine Stunde stöbern das ist wie mit so einem überfüllten DVD-Regal oder wie mit einem überfüllten Comic-Regal du musst dich da wirklich erstmal zurechtfinden da rein friemeln suchen bis du da irgendwie ein Ergebnis hast ich hab viel gelesen ich war da auch wirklich um die Ersparnis froh dadurch locker mal um die 100-200 Euro erspart habe weil ich in einige aktuelle DC-Comics gelesen hab das ist super aber die Benutzerfreundlichkeit daran hapert und noch wenn sie das abändern sag ich ja find ich super so so ist es eben wirklich weit hinter seinen Erwartungen vor allem weil die Konkurrenz groß ist weil es ein Marvel Unlimited gibt weil es damals ein Comixology gab also Apps beziehungsweise Anwendungen die uns gezeigt haben wie viel besser es geht und damit muss es sich dann leider auch vergleichen lassen das ist dann schade darum weil ich die Ansätze dahinter wirklich lobenswert finde ja das kann ich nachvollziehen Breedsome was meinst du ich habe dem nichts hinzuzufügen ich kann das genauso unterschreiben alles klar aber du hast auch reingeschaut oder ja wo ich noch nicht reingeschaut hat war in die Alternative die du genannt hast und da finde ich ein paar ganz schöne Sachen so verstehe Marco wie sieht das bei dir aus wie ist eigentlich deine Meinung zu digitalen Comics ich habe zwei Anmerkungen dazu ich habe mir das jetzt angeguckt wie du das vorgestellt hast und bin dann deiner Meinung es ist halt ein großes Sammelsurium an Sachen die zum Teil recht interessant sind aber eben als schwer zu finden also in der Version in der man sich noch nicht einloggen kann schon da ist der Eindruck bestätigt das was du gesagt hattest deine Alternative die du genannt hattest da habe ich auch schnell reingeguckt finde ich super was es da alles gibt erinnert mich zum Teil halt an die alten Zeiten von Issu ich weiß nicht ob ihr die Sachen kennt Issu dot com das ist eine Website eigentlich zum Self-Publishing die weltweit tätig ist und da legen halt viele Leute ihre Comics ab und da ist halt alles drin also natürlich auch fremdsprachig und aber da findet man halt zum Teil uralte Sachen aus den 40ern bis 60er Jahren in Unmengen an Ausgaben und natürlich auch Marvel und DC die man halt umsonst lesen kann und das macht das nicht uninteressanter was du vorgestellt hast Swoosh ist für mich halt auch schön wenn man sagt okay ich will die neuesten Taschenbücher lesen aber ich will das halt eigentlich nicht also digital auch um deine Frage zu beantworten ich stehe mal zum reingucken oder zum lesen was denn jetzt in der dieser oder jener Manga Serie vorkommt oder in dieser Serie um es mal zu verstehen Berserk oder sonst irgendwie um zu sagen okay wo ist der Hype was bedeutet dass da muss ich mir nicht extra das das haptische kaufen sondern guckst mir mal online an aber so würde ich auch bei dem ersten Eindruck bei Swoosh sagen da gibt es noch Luft nach oben zum verbessern ja ich möchte es ja mal positiv formulieren gebt dem ganzen eine Chance hoffentlich wird es besser ansonsten müsst ihr euch mit der Alternative beschäftigen wir sind ja große zum Vergleich Disney Plus hat ähnlich klein angefangen wo wir auch nicht wussten was wollen sie damit und dann ist es so explodiert so sieht es aus ja meine Herren dann würde ich mal meinen wir haben die Individualverstellung heute abgeschlossen und gehen jetzt zu unserer gemeinsamen Kategorie über herzlich willkommen zu der wir reden heute und das haben wir schon mehrfach erwähnt über Shazam Shazam coming of age das ganze ding ist jetzt quasi draußen das freut mich total weil es ein bisschen gedauert hat der Adrigan hat hier auch schon im Rahmen einer der letzten Ausgaben wo er zu Gast war auch was dazu gesagt und ich freue mich tierisch dass wir es jetzt endlich lesen konnten es gab als das ist ja glaube ich dieses Stretchgold also wenn da quasi mehr Kohle bei rum kommt als man ursprünglich dachte oben drauf noch ein extra Comic namens Night Shift der ist entstanden im Rahmen von so einem Comic Jam auch da wären bestimmt ein zwei Worte zu verlieren und das ist ja auch heute so ein bisschen der Grund warum der Markus mit am Start ist denn du hast das Ding auch gelesen vielleicht doch mal aus deiner Perspektive wollen wir an und es hier schon mehrfach irgendwie genannt haben letztlich auch woher kennst du Gesam was ist für dich Gesam ich kenne die halt aus den Veranstaltungen die ich organisiert habe oder mit dabei war also Comic Festival München oder eben bei den vielen Besuchen in Erlangen da haben die sich die immer rumgetrieben und ich bin so ein heimlicher Fan von ihnen ich habe die Nummer zwei die Nummer eins gehabt sogar signiert von verschiedenen Zeichen signiert so mein kleiner Schatz am Rande ihn wieder vorberuhigt und habe mich dann an die alten Zeiten erinnert als die dann halt vor ewigen Zeiten ich weiß es waren 17 Jahre oder ein bisschen weniger angefangen haben da Zeichnern einen Forum zu bieten um zu sagen hey ihr seid zwar jetzt nicht die die von Erhaber oder Karlsson genommen werden aber wir nehmen euch aber und geben euch eine Chance eure Sachen zu produzieren und das ist schon über die Jahre wirklich bewundernswert gewesen was die auf die Beine gestellt haben und wie viel Titel die an den Start gebracht haben und das ist halt jetzt nicht nur eine soziale Einrichtung sondern eben das sind auch gute Sachen die da passiert sind hat sich natürlich auch entwickelt also ich muss sagen das letzte Band hier im Vergleich zum zweiten da gibt es halt ein paar Unterschiede was die Qualität angeht natürlich auch weil es farbig ist und das andere schwarz-weiß wobei das jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss ich hab sie über die Jahre immer als sehr toll und sehr gut empfunden was sie da alles gemacht haben auf einem hohem Niveau und immer dabei geblieben also ich hab man trifft die halt immer wieder und es war ja ich kann nur sagen Daumen hoch es hat mich echt gefreut es gab die haben zu einer Zeit angefangen wo es viele Jam Geschichten gab wo viele Leute zusammengearbeitet haben wir Geld zusammengeschmissen haben um dann was raus zu bleiben und sie sind halt mehr oder weniger dabei geblieben während andere irgendwie irgendwann aufgegeben haben weil es ja doch ein extrem großer Arbeitsaufwand war bei der ganzen Geschichte ich finde Jam ist super schade dass sie jetzt aufhören und viele der Geschichten vom letzten Band her empfinde ich halt als auch klasse zu dem Thema auch wenn es jetzt mich als alten Sack quasi nicht so unbedingt direkt betrifft aber Respekt ist ein toller Titel und die ganze Geschichte könnten sie gerne weitermachen aber ich weiß schon was für eine Arbeit dahinter steckt und so einfach ist es nicht man hat ja auch gesehen von den reinen Zahlen her das sind keine riesigen Auflagen das sind dreiständig 200 bis 300 Stück die da gedruckt worden sind durch das Crowdfunding das ist jetzt keine Massenbewegung das könnte man ein bisschen nicht ganz aber ein bisschen vergleichen mit mit Ash das ist halt irgendwie ein großer Fankreis ist aber dass sich das finanziell lohnt nur dann wenn eben Leute von vornherein besprechen wir zahlen jetzt was weiß ich diese ich muss gerade nochmal gucken 18 Euro für das Band damit das gedruckt werden kann also Crowdfunding ja ich glaube zu jazam haben wir schon sehr viel gesagt das ist eine Reihe wo wir das auch nicht nochmal wiederholen müssen wir kriegen den aktuellen Band der leider aber sicher der letzte Band vorläufig letzte Band der Reihe ist den kriegt ihr für 18 Euro auf jazam.de den kriegt ihr garantiert auch irgendwie keine Ahnung bei Quimby wird es den geben und ich weiß nicht ob im Freibeutershop nicht irgendwie auch nochmal das Ding aufschlägt oder so das ist absolut keine Herausforderung zu bekommen außerdem sind das ja auch allesamt Menschen und das sind immer unzählig viele Leute hier die an diesem Buch beteiligt waren da sind mehr als genug Leute dabei die ja auch live bei Live-Veranstaltungen antreffen können also wenn hier in Erlangen nicht mindestens mal die Hälfte aller Leute dabei ist und euch dann eine Signatur reinmachen möchte wäre ich überrascht und damit wir euch das Ding vielleicht ein bisschen schmackhaft machen können oder aber auch nicht würde ich einfach gerne mal reihrum euch einladen sucht euch doch mal ein oder zwei Geschichten raus über die er sprechen möchte die ihr vielleicht vorstellen möchtet Dinge die euch vielleicht auch nicht gefallen haben da seid ihr total offen und herzlich eingeladen das Ganze ist jetzt ein bisschen auch unabgesprochen aber ich würde jetzt gerne einfach zunächst erstmal den Patrick mal fragen vielleicht suchst du dir mal eine Geschichte raus lieber Patrick wir haben ja ganz vorne auch diese Übersicht was hat dir gefallen was hat dir gefallen was hat dir vielleicht nicht so gefallen erzähl mal ich hätte zum Beispiel den Titel Coming of Age in Slice of Life geändert was eben hier wirklich nicht viel Coming of Age ist sondern es ist ja auch teilweise sehr sehr viel Lebensabschnittsphasen oder Leben die zu Ende gehen teilweise hat mich das eben auch heftig erwischt weil ich nicht mit der Düsternis mancher Stories gerechnet habe ich werfe hier nun mal Kälteidiotie mit rein wo es darum geht dass sich ein Kind mit seinen Eltern zerstreitet dann abhaut raus geht die Eltern gucken Fernseher und der Junge erfriert dann draußen weil er in so eine Eisdecke einbricht wo ich dachte heilige Scheiße damit habe ich jetzt nicht vor allem bei dem Titel Slice of Life also die Geschichte hat mich Coming of Age eiskalt erwischt ja ja von Franz Süß ein ganz interessanter Künstler habe ich auch vorhin nicht allzu langer Zeit in Leipzig im Gespräch gehabt das ist auch ein interessantes Artwork das er da immer präsentiert auch wieder hier mit dabei ist unser Kollege Lehmann dessen Comic ich auf jeden Fall interessant fand der kommt am Ende gen Ende des Comics vor und letztlich geht es hier um den jungen Mann der seine Großmutter am Heim besucht und dann brechen beide so ein bisschen aus ihrem Alltag aus und das stimmt schon also wenn du das so sagst ob der Titel dann nicht vielleicht Slice of Life vielleicht ein bisschen noch besser gepasst hätte weiß ich nicht ändert nichts daran dass die Geschichte cool war nett war eine tolle Auflockerung Britsum was hast du denn da noch so gelesen? gelesen habe ich natürlich alles und ich muss sagen mir hat die hohe Qualität hier auch sehr zugesagt normalerweise bei so Anthologien hast du ja immer sehr sehr viel dabei was dir gefällt aber auch immer ganz ganz viel wo man sagt naja ist nicht so ganz meins und hier war wirklich sehr sehr viel Gutes für mich diesmal dabei und wenn ich was rausnehmen müsste dann wäre es wahrscheinlich von Mike Los die Sachen also einmal den Schmuttertal bloß und dann einmal falsch abgebogen wo er Begebenheiten aus seiner Jugend berichtet was ja genau das ist wo er von so einem kleinen Ort berichtet wo er groß geworden ist und wie die Begebenheiten da sind mit dem Mädchen mit dem Idioten mit der Enduro Maschine der den Dicken macht mit möglicherweise Drogen mit möglicherweise Alkohol mit Posing im Schwimmbad mit ja dem Versuch sexuellen Aktivitäten nachzukommen und so weiter und so fort also das wäre für mich auch keinesfalls Thema verfehlt und er hat in falsch abgebogen hat er noch eine zweite Story aus dem Bereich gemacht nämlich wo er schildert wie das so ist wenn man so aus dem Schulbus raussteigt und dass da jeden Tag so das gleiche passiert und wie die Leute sich so verhalten das ist fast eine ja kleine soziologische Studie und was da passiert ist als es dann eine familieninterne Auseinandersetzung kam also es ist eine sehr kurze aber prägnante Episode die mir zeichnerisch und auch thematisch beide sehr gut gefallen haben absolut absolut Markus was sieht das bei dir aus was war so eine Geschichte vielleicht die du heute nochmal kurz vorstellen möchtest die sind ja auch alle nur ganz kurz lange drüber zu reden wäre ja auch irgendwie unverhältnismäßig genau also die einzige die Stelle ist halt Growing Love mit dem Artwork als kurzer Anriss wäre das Buch in der Hand halt ist das finde ich deine Fantasy die einem so als Herz geht richtig klein aber nett aber die für mich wichtigere Sache die mir spontan eingefallen ist als ich da hingekommen bin war die Jeff G Geschichte einfach weil ich den Mann nicht kenne und trotzdem kenne so wie er es halt erzählt war ich immer ein bisschen connected mit ihm vor allen Dingen am Ende jetzt als Zwerchfeld irgendwie aufgehört hat und die ja den Scatman von ihm verlegt haben und das eben so bitter ist dass der Mann wirklich sein Leben lang quasi mit Comics gemacht hat gearbeitet hat nicht immer ganz so erfolgreich war dann noch den Maximum Moritz Preis kriegt für dieses Ding was wirklich geil ist und dann aber soweit ich das verstanden habe auch nicht sich super verkauft ja also sofern also jetzt nicht die das Happy End wo man sagen kann und dann auch davon leben können das ist so immer das was mich immer bewegt hat in den Interviews mit den Leuten die ich geführt habe und dann ja und wie sieht es aus und dann kennst du Ralf König den Flix und weiß nicht noch den Brösel die da super von leben konnten und der Rest der hat dann ähnlich wie der Jeff G halt da gesessen und gezeichnet und am Ende sitzt er im Schaukelstuhl und seufzt dann halt über die allerletzte Ausgabe von Jezam das hat mich dann bald so real war so real für mich war schon ganz gut berührt ja um sagen zu können das ist mal eine Geschichte die so eine eine Ebene hat die einen mitnimmt also eine Comic Creator Ebene definitiv und das unterstreicht auch nochmal dass Jezam immer irgendwie auch so ein Abriss ist der aktuellen oder eines Teils der aktuellen deutschsprachigen Comicszene dass da eben nicht nur aufgrund der Menschen die da drin sind sondern eben auch der Themen und eben ja auch der Gedankengänge die da so mit einfließen dass das hier irgendwie immer auch ein Teil war für das Jezam für mich zumindest stand hier sind viele tolle Geschichten drin ich würde auch so sagen dass so 80 bis 90 Prozent mindestens mal lesenswert bis sehr gut sind ich habe nicht alles großartig gefunden aber das muss ja auch nicht so sein immerhin haben wir hier eine sehr abwechslungsreiche Comic-Anthologie die uns ganz hinten noch die verschiedenen auch Cover der letzten Jahre nochmal präsentiert wir sehen nochmal Fotos von den Veranstaltungen auf denen die Leute gewesen sind die hier also einfach beteiligt gewesen sind an Jezam die aktuelle Ausgabe da kommt das Cover ja von Dozer Draws die wir hier bei den Comic-Cookies ja nun auch ganz gut kennen da liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal und das ist hier ein bisschen ein Who is Who der deutschsprachigen Comic-Szene ich freue mich sehr für jede Ausgabe die ich hier lesen durfte freue mich für alle von euch liebes Publikum die das gemacht haben die das gelesen haben und da vielleicht eine Meinung zu haben und dann würde ich vielleicht noch kurz nochmal einen Blick hier bei Nightshift reinwerfen Patrick Nightshift das ist so ein Comic-Jam-Ding kleines Heftchen das haben die uns dazu gepackt und da sind mal mindestens schätzungsweise der eine war glaube ich doppelt drin 17 oder gar 18 Leute beteiligt gewesen hast du es gelesen und was ist es eigentlich natürlich habe ich es gelesen also Comic-Jam ist ähnlich wie Hell Drovin das ist eine Geschichte wo jede Seite eine andere Person zeichnet also das Script ist vorgegeben da sind natürlich auch wieder einige Bekannte dabei zum Beispiel Moritz von Wollzogen und es ist wirklich ein interessantes Experiment das war auch so ein Comic für Legere Legende der letztens noch gepostet hat ja ich lese jetzt nur noch Comics die Kassenzettel groß sind das würde komplett in sein seltsames Schema passen weil das Ding nur handgroß war und dadurch ein sehr sehr interessantes Experiment war das so anscheinend mehrfach stattgefunden hat fand das schön wie 17 unterschiedliche Künstler das Ganze erzählt haben und der Comic trotzdem stimmig und wie aus einem Guss wirkt wo wir uns sonst immer stören ja ne da waren so viele Künstler hier hat das ins Konzept komplett gepasst eben auch durch die Erklärung dazu ich weiß gar nicht ob das so wie aus einem Guss auf mich gewirkt hat ich bin da unentschlossen ehrlich gesagt es ist schon ganz schön Genre und ich weiß aber auch nicht so genau wenn du dann da so an so einem Ding arbeitest und du kennst die Seiten die vor dir stattgefunden haben ob du dann nochmal mit deiner Idee so besonders herausragen möchtest einfach um es noch verrückter zu machen und so das weiß ich gar nicht so genau ich hab nämlich nicht so das mega das Gefühl jetzt würde es aus einem Guss wirken oder gerade eben weil es das nicht wirkt wirkt es wie eine Einheit ich kann das auch nicht richtig beantworten wie kam es bei dir rüber also den hab ich tatsächlich gar nicht gelesen eieiei okay alles klar da brauchst du wirklich noch 5 Minuten für hast du den gelesen Markus ja und ich fühlte mich an so alte Jochen Enterprises Zeiten zurückgeinnert damals hat man eben versucht okay wir haben nicht das ganze Geld wir haben so viele Zeichner die unbedingt was zeichnen wollen lass uns doch mal irgendwas zusammen machen eine Geschichte mit x Zeichnern und das hat war schon nicht aus einem Guss ich fand die Geschichte aber nett in Facetten ausgearbeitet dass auch ein paar Leute sich das dann rausgenommen haben einfach nur ein Bild zu machen statt vier oder was eben auf diesem kleinen Ding an Formaten noch möglich ist an Anzahl und war trotzdem halt eben positiv überrascht dass es irgendwie funktioniert hat für mich jedenfalls hat es funktioniert aber mehr so aus nostalgischen Gründen weil oft kommt es heutzutage glaube ich nicht mehr vor früher öfter heute weniger ja was für mich heute sehr gut funktioniert hat das war unser Gast lieber Markus denn du warst eine herausragend gute Vertretung für den Andi vielen lieben Dank für die Zeit die du genommen hast heute mit uns einfach über Comics zu sprechen das war mir eine wahre Freude ich werde unserem Publikum natürlich nicht die Gelegenheit nehmen auf deine Arbeit zu treffen also natürlich kommen alle relevanten Links zu dir und deinen Projekten in die Shownotes sodass wir da mal genau gucken können was du eigentlich die ganze Zeit so machst wenn du mal nicht bei uns zu Gast bist denn scheinbar kann man dich ja auch bei verschiedenen Veranstaltungen live antreffen Dankeschön ja ich danke auch für die Einladung hat sehr viel Spaß gemacht und falls der Andi immer noch krank ist nächstes Mal bin ich gern wieder dabei aber natürlich nicht ich sag gute Besserung Andi kommt wieder her und falls ihr nochmal jemanden braucht ich bin gern bereit wieder vorbeizukommen ohne Werbung für meine Sachen zu machen großartig ja vielen lieben Dank auch noch an meine Buddies Breedstorm und Patrick danke auch an euch dass ihr da wart und natürlich liebe Grüße an den Andi gute Besserung an dich zu Hause vermissen dich auch ein bisschen es war mir eine wahre Freude ich sag mal so Tschüss und haut mir gern mal Empfehlungen raus welchen Jazam Comic ich lesen sollte ich hab zwei drei der Bände bisher gelesen an mir ist das so ein bisschen vorbeigezogen Shame on me und vielleicht Nimm die Götter direkt am Anfang den zweiten ja und vielleicht bis zum ersten September Wochenende wo ihr Andi und mich wahrscheinlich in Wiesbaden treffen könnt Konnichi Gesundheit Konnichi ja Gesundheit Tschüss Breedstorm Ciao Naidi Meier alles klar machs gut bis dann 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 bis dann